Hallo Chat, na? Euch geht's übrigens immer noch nicht gut. Der Chat funktioniert immer noch nicht. Fragt mich nicht warum. Hallo! Na? Much funny. Very wow. Wirklich, Teuge. Hallihallöchen. Hallo, Majora. Danke für 54 Monate. Hallo, ich bin der Uwe54. Und ich bin auch dabei. Junge. Kannst du dich bitte so auch dann beim Meet & Greet auf der Doku-Me vorstellen? Hallo, ich bin der Uwe. Ach du Scheiße, ich brock mir da. Was brock ich mir da ein, Alter? Und ich stehe dann so da und habe keinen Plan, was abgeht, weil ich mich nicht mehr hieran erinnern werden können. Ach du Scheiße, war das laut. Oh mein frick. Junge, ich habe mir gerade legit fast in die Hose geschissen. Ich glaube, mir ist fast mein Eierstock rausgeflogen, Alter. Junge, was? Bro. Alter, was war das denn jetzt? Sugar. Danke für 600 Bits. Junge. Du verquatschst dich da an ganz bedenklichen Stuff. Ach was. Niemals. Das ist Dinge, die so passieren. Ist so, Alter, Leute. Wenn ihr mich so verjagt, dann geht das nicht mehr. Behalt den drinnen. Den brauchst du noch. Ach, eigentlich braucht man doch nur einen Eierstock, oder? Oh Mann. Au! Geht man so mit einer kranken Ziege um? Guck mal, ich bin so krank. Mir wächst schon. Wisst ihr, was mir schon wächst? Was wächst jetzt denn? Chat, was wächst denn jetzt? Genau. Nein, Vigi! Hier, mir wächst jetzt ein gewaltiger Hustle. Ein drittes Horn. Warte mal, was? Ist das ein Spruch, von dem ich nichts wusste? Ehrlich jetzt? Oha! Erstmal E-Over. Danke für fünf Subbies. Zaubers, danke für sechs Monate. Was auch, was ihr nicht sagt, ist okay. Ihr dürft Hype trainen. Der gute, hallo, ich bin da. Ginger, guck mal, bitte guckt mich an. Ginger, bitte beachte mich. Bitte beachte mich. Ginger, bitte guckt mich an. Hallo. Hallo, Ginger. Hier ist mein Re-Sub. Hallo, bitte. Der Hype trainen. Der ist in Ordnung. Den dürft ihr machen. Ich hab Streamen vermisst, Alter. Mein Rüssel, der hat schon freudig gezittert, als ich den Stream-Starten-Button gedrückt hab. Der war direkt so. Danke, Gross. Bitte, Bro. Bitte. Immer wieder Bitte. Geister. Danke für 400 Bits. Cool, Bonnie. Danke für 400 Monate. Oh, ich hänge. Ah, danke schön. Ja, ich hab jetzt bald Partner-Jubiläum. Eigentlich morgen. Der 25. Da bin ich wohl vor sechs Jahren Twitch-Partner geworden. Aber Twitch sagt halt auch, ja, heute kann man ja auch schon mal feiern. Man kann ja heute feiern, morgen und übermorgen auch noch. Ist ja gut, ne? Ich hab gehört, kranke Ziegen lässt man einschläfern. Ich bin eine gesunde Ziege. Guck dir meinen Rüssel an. Was? Was? Das ist zum Vorglühen. Ach du Scheiße. Da wär aber ganz schön früh, wenn ihr jetzt schon vorglüht, oder nicht? Alles Gute zum Partner-Jubiläum. Dankeschön. Ich muss gerade sitzen. Okay, mach ich. Der Rüssel ist so cute. Ja, willst du mal streicheln? Nein, Leute. Ihr fass, ihr wird nichts angefasst. Hier wird auch nicht mein Rüssel gestreichelt. Silent. Alles Dankeschön für 28 Monate. Und Vigi, danke für 10 Zombies. Oh my freaking God. Dankeschön. Was ist denn los mit euch? Hammer zu danke für 23 Monate. Wow. Keine Party ist wie eine Jinja-Party. Denn eine Jinja-Party hört nie auf. Jinja-Party, Jinja-Party, Jinja-Party. Warte, was? Keine Party ist wie eine Jinja-Party. Denn eine Jinja-Party hört nie auf. Warte mal, warum hört die Jinja-Party nie auf? Ich bin krank, ja? Hust, hust, keuch. Ich hab Corona. Ich hab die Kretze, hab ich. Habt ihr das mitbekommen? Ich hab Corona. Ich hab Corona. Bin ich jetzt was Besonderes? Zed, es ist 2025. Nein, es ist 2025. 2024 und ich hab Corona. Bin ich jetzt was Besonderes? Chat, bin ich jetzt cool? Ich hab auch so einen Tweet gemacht wie Haha, ich bin schwanger. Guckt mal. Bin ich jetzt was Cooles? Naja, okay. 2025. Nee, was? Haben wir Männer einzelne Song-Requests? Okay. Nee, Song-Requests bitte nicht. Wenn ich singe, dann trellere ich vor mich hin. Aber Song-Requests würde ich gerade nicht machen. Ich kann hier wirklich singen. Ähm. Zero, dankeschön für acht Monate. Dankeschön. Ich habe halt schon vor... War das gestern oder vorgestern? Habe ich drei Stunden am Stück geredet und war dann richtig kaputt. Also meine Stimme ist noch überhaupt nicht auf der Höhe für... Wir gucken auch mal, wie es heute funktioniert. Ähm. Ich will heute mit euch Hololite... Ach, ich kann euch gleich den Streamplan zeigen. Hololite machen. Danke übrigens für Halbdrain Level 7. Ihr spinnt. Ich trinke jetzt meine heiße Zitrone und... Kennt ihr dieses Meme, wo so eine Schnecke oder so eine Schlange so eine Zitrone ableckt und dann zieht sich so das Gesicht nach innen. So, das passiert jetzt mit mir. Goldclipper, dankeschön für dein Tier 3-Racer. Danke für sieben Monate, Junge. Alles Gute zum Nicht-Partner-Jubiläum. Dankeschön. Das ist in Ordnung. Das akzeptiere ich. Ich habe heute nämlich nicht Partner-Jubiläum. Das habe ich erst morgen... Warum hänge ich so viel? Das habe ich nämlich erst morgen, das Partner-Jubiläum, ja? Ah. Oh, oh, oh. Was knatscht mein Ständer denn so? Eben noch das YouTube-Video geschaut. Ah. Oh mein Gott. Habt ihr das mal YouTube-Video gesehen, Leute? Bin richtig stolz da drauf. Das ist cool geworden. Moorhype, wir need Moorhype. Moorhype, nein! Moorhype, nein! Moorhype, danke für zwei Nuppets. Zero, danke für acht Monate. Und Darkluna, danke für 23 Monate. Also, ich bin erst jetzt dazugekommen. Was habe ich verpasst? Die Verwandlung von einer Ziege zum Elefanten. Genfanderung? Corona-Nachwirkung? Oder bist du überhaupt die richtige Yin-Yah? Sondern ein elefantastischer Berg. Elefant-Yen-Yelul. Elefantastischer. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön. Was habe ich eigentlich hier für so ein Asset? Das heißt einfach Glue. Oh. Das ist aus einer Zeit, an die erinnere ich mich nicht mehr. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Wir machen es mal wieder weg. Nein! Nein! Wie cool ist das bitte? Nein! Was? Wer hat jetzt Happy Birthday? Danny, danke schön für 200 Bits. Ich hab dich Geburtstag. Was? Was? Danke, Faxi, für 200 Bits. Hallo, Madison. Schön, dass du da bist. Nein, ich will keine Verzweiflung. Rina, der Hacking, danke schön für 10 Abos. Danke schön. Was ist denn falsch mit euch? Bereue alles. Warum warte ich jetzt darauf, dass Jinder sagt, ich hab dir meinen Rüssel gezeigt. Jetzt zeig mir meinen. Warum ignorierst du mich, Zuschauer? Ich hab mich daran gewöhnt. Weil ihr alle so seid. Mein siebter Monat. Nee, es ist Texas Beaches für Subs aus. Hoverin, danke schön für sieben Monate. Ich hab mir deine Nachricht durchgelesen. Ah, fuck. Nein, hier ist alles wie immer. Hier ist alles toll. Zero, danke für zwei Monate lang nicht mehr da gewesen. Hallo. Lunatic Loop, danke für 13 Monate. Und Gervasio, Gervasio, danke für drei Monate. Und warum Halbzeit Level 9? Warum Geburtstag? Leute, wenn ich Geburtstag hätte, hätte ich doch, dann hätte ich doch bestimmt einen Partyhut auf, oder? Und ich hab ja keinen Partyhut auf. What the fuck? Ich hab ja keinen Partyhut. Ich hab ja keinen Partyhut. Ich bin der Partyhut. Was ist das? Ich weiß es nicht. Guck mal, seht ihr meine Beine? Hallo. Hallo. Was passiert? Ihr neues Model zum Jubiläum. Wow. Ja. Kids in the QW, danke für 13 Monate. Ich hab ja keinen Partyhut auf. Ja, ich, äh, ähm, der Hut trägt mich. Ich könnte das jetzt drehen, aber eigentlich finde ich das irgendwie keiner lustig. Warum ist der so groß? Nein, Aluva, jetzt wird die nicht reingeschissen. Ich bin hier gerade am Party machen. Hey. Wenn ich die Beine noch bewegen könnte. Ja, das ist ein bisschen trampelt. Ich glaube, das ist nicht das Geräusch, was Beine machen normalerweise. Oh Mann, was ist eigentlich heute los mit mir? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Übrigens ist feiere ich dein RGB-H. Mein RGB-H? Siehst du das überhaupt? Nein. Danke, Warpick Defender. Danke. Dankeschön für deinen Reverse-Poop. Vielen lieben Dank. Den hab ich gebraucht. Warte mal, jetzt können... Wir können zusammen die Zukunft sehen, Chat. Wir sehen zusammen die Zukunft. Chat, was hält sie bereit? Ich bin jetzt sechs... Ich bin jetzt bald... Also morgen dann, noch nicht heute bitte, ne? Weil heute hab ich noch kein Partnerjubilium. Aber morgen bin ich sechs Jahre schon Twitch-Partner. Sechs Jahre schon verknechtet. Ähm, in, äh, Knebelverträge von Twitch. Was ist heute los mit dir? Du bist immer so jen-ja, jen-ja-re. Was? Wie der Text-Speech das betont hat. Was ist heute los mit dir? Ich bin nicht immer so. Ja, ich bin manchmal ganz normal. Chat, wollt ihr mit mir unter meinen Hut? Hä, wo bin ich? Ich seh mich gerade nicht. Moment. Chat, wir finden mich schon. Warte. Okay, warte. 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 Chat kommt mit mir unter meinen Hut. Hallo, na? Chat, jetzt sind wir... Okay, ähm, irgendwie... Mach das hier... Hallo. Jetzt sind wir zusammen in meinem Hut. Na? Heute ist wieder einer dieser Streams. Hä? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Schlüpfst du? Wie was? Wie schlüpfen? Ja, ihr wart gerade mal... Was? Konfetti, Alter. Alter, der Hut ist voll schön. Ich glaube, ich muss den wegmachen oder irgendwas machen, damit der so riesig... Warum ist der so riesig? Warte, vielleicht kann ich ihn einfach kleiner machen, so. Au, au, au! Hey! So, und dann irgendwie... Nee, 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 das ist schon gut so. So. Guck mal, jetzt habe ich doch einen Hut. Guck mal, ich habe ja keinen Partyhut auf. Das ist ja nur, ne? Mist. Dankeschön fürs Papa, Dankeschön. Hä, der Hut ist irgendwie voll flach, ey. Das sieht nicht gesund aus. Doch, 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 dem geht's toll. Ein ganz normaler Dinterstream. Ich glaube auch, hier ist nichts ungewöhnlich. One and only shadow, danke für fünf Monate. Dankeschön. Es schwebt, ach was, dem geht's gut. Magister, Magister, Dankeschön für dein drei Monate Abo an Steve. What the fuck? Äh, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es geht dir besser. Mir geht's auf jeden Fall besser als vorher, Mimi. Dankeschön. Commander, danke für zehn Monate Abo an Steve. Oh, mein Gott. Oh, fuck. Miss Carve, danke für zwei Jahre. Dankeschön. Zwei Jahre, ey. Echt wirklich. Holy shit. Dankeschön für die Subbies, Leute. Danke für den Hype Train. Soll ich jetzt... Was kann ich euch geben dafür? Für diesen tollen Hype Train. Ich glaube, ich habe noch nie ein Cover davon gemacht. Alle meine Enttien... Okay, reicht dann auch wieder. Leute, Chat, so sehr mag ich euch. So sehr finde ich euch toll. Ja. So sehr bedanke ich mich für diesen Hype Train. Dankeschön. Ich bin eine Oma. Hast du mich gerade Oma genannt? Hallo? Was macht deinen Geschmack Sinn? Oh, das kann ich gleich davon erzählen, Chat. Wenn der Hype Train vorbei ist. So, easy. Das Fieber kickt. Mir geht's schon nicht mehr so gut. So, kann ich den Partyhut? Ich leuchte nicht mehr. Das gibt es nicht. Es hat zum ersten Mal funktioniert. Seit Ewigkeiten. Zum ersten Mal. Seit Ewigkeiten bin ich nicht mehr allein. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Das ist voll der riesige Hut. What the fuck? Jetzt lass doch den Kackhut weg. Nö, ich mag den. Den hat Mako mir gemacht. Der ist doch voll schön. Der ist voll schön. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen den Hut habt. Der sieht irgendwie ein bisschen flach aus. Jetzt steckt der so in mir drin. Kann man so machen, oder? Hallo? Der Partyhut sieht aus wie ein Trichter. Nein. Nein. Marco hat sich viel Mühe gegeben für den Hut. Brennt der Hut? Ja, natürlich. Hä? Oh. Ich habe sogar dein Outfit gewechselt. Ja, guck mal. Das ist der beste Hut. Ja, danke Marco dafür. Alter, ich sage, danke für 28 Monate. Gute Besserung. Danke schön. Nee, Leute. Ich dachte eigentlich, ich habe so eine normale Grippe. Kone, danke für 6 Monate. Und Sushi, danke für 27 Monate. Ach, morgen ist erst das Jubiläum. Punkt, Punkt, Punkt. Gut zu wissen, Yinya. Dann übertreibe ich noch nicht. Außerdem ist Yinya sowieso schon krank. Also positiv, natürlich. Punkt. Aber natürlich gute Besserung. Yinya, love you, Yinya, love you, Yinya. Punkt. Ah, danke schön dir. Danke. Danke, danke. Ähm. Ah, also doch Geburtstag. Nein, ich habe nicht Geburtstag. Nein. Bei dem Hut musste ich immer an den Modgruß denken. Ja. Der Partyhut, der Partyhut. Nee, ich dachte eigentlich, ich habe eine normale Erkältung. Oder vielleicht ein bisschen Grippe oder so. Oder beides. Und dann habe ich meinen Kaffee getrunken. Dann war ich so. Hm? Irgendwie der Kaffee, ich weiß nicht warum, aber der Kaffee schmeckt irgendwie nicht bitter. Der schmeckt irgendwie nicht nach Kaffee. Der schmeckt wie Milch. Oder wie nichts. Und dachte so, hm? Das kann doch nicht sein. Ich habe schon fast überlegt. Das war so. Hä? Das gibt es doch nicht. Und dann dachte ich, ha. Könnte es nicht vielleicht sein, dass ich Corona habe und deswegen den Kaffee nicht mehr schmecke? Zufälligerweise hatte ich noch einen Corona-Test, der gültig war, zu Hause liegen. Hab den Corona-Test gemacht. Ja, ähm. War positiv. Ich habe Corona. Leute, bin ich jetzt was Besonderes? Ich habe Corona in 2024. Was habt ihr? Ha? Habt ihr? Nein, das ist eigentlich nichts, was man angeben kann. Chris, Turka, danke für fünf Monate. Dankeschön. Ich habe seit meiner Erkrankung auch keinen Geschmackssinn mehr. Seitdem? Aber wie lange ist das her bei dir? Oh Gott. Ey, warum werde ich gehauen? Wieso? Gute Besserung. Dankeschön. Brot kann schimmeln. Was kannst du? Weird Flex. Depressionen. Nein. Jetzt wäre doch die ideale Zeit, um meine Mische aus Sauerkraut, Saft und Wurstwasser zu trinken. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt kann ich endlich Sauerkraut, Saft trinken. Nein. Ich war vor allem meine Oma besuchen. Boah, richtig Schock. Ich habe erst gewusst, dass ich... Also ich bin irgendwie keiner krank geworden auf meiner Reise. Ich bin ein bisschen durch Deutschland gereist. Unter anderem habe ich dort auch Oma besucht. Und da hatte ich schon Halskratzen. Und dann war ich zu Hause, mache dann diesen Test. Oh fuck, ich habe auch noch Corona. Und ich war bei meiner Oma. Habe natürlich direkt erst mal Angst gekriegt. So, scheiße. Genau dann, wenn ich Corona habe, bringe ich Corona zu meiner Oma hin. Die hat ganz toll. Habe ihr natürlich direkt Bescheid gesagt. Sie testet sich fleißig, aber fühlt sich auch gesund. Und die Tests sind immer negativ. Also sie hat zum Glück kein Corona von mir gekriegt. Ist doch schön. Puh, alter Junge. Habe ich den ganzen Kaffee wieder ausgetrunken? Was für wieder. Ich habe den Kaffee dann getrunken, aber er hat halt nach nichts geschmeckt. Das war sehr traurig. Danke für dein Tier 3-Race-Top 8 Monate. Ich hatte den Mist schon zweimal. Nach dem zweiten Mal war mein Geruchssinn etwa 6 Monate total durch. Habe den erst seit circa... 6 Monate total. Habe den erst seit circa 4 Wochen wieder zurück. Oh. Ich kann ehrlich gesagt auch nicht mehr richtig riechen. Ich rieche auch einfach fast gar nichts mehr. Also irgendwie... Irgendwie rieche ich alles nur... Also ich rieche was, aber nur so ganz, ganz schwach. Wisst ihr? So wie als wäre fast gar nichts da. Ist der Geschmackssinn da? Ja. Ich schmecke Dinge. Ich habe auch vorher schon Dinge geschmeckt. Nur manche schmecken irgendwie anders, als sie normalerweise schmecken. Oder ich schmecke sie deutlich weniger. Ich merke zum Beispiel jetzt, seit ich krank bin, versalze ich mein Essen die ganze Zeit. Weil ich irgendwie Salz nicht mehr so richtig schmecke. Also tue ich schon, wenn ich genug gesalzen habe. Aber es schmeckt bei weitem nicht so salzig, wie es wahrscheinlich wäre. Sonst ich salze auch normalerweise mein Essen gar nicht so stark. Ach man. Wenn du nicht Sauerkrautsaft und Wurstwasser trinken willst, wäre es doch Zeit mit Energy anzufangen. Ih, nein! Was will ich denn mit Energy? Wahrscheinlich trinke ich so ein Energy und man kann mich direkt ins Krankenhaus einweisen. Ew, nein! Nein! Zu viel Salz ist gefährlich. Ich weiß. Ich weiß. Meinem Herz ging es auch nicht so gut, als ich so viel gesalzen habe. Oh, gib der Sache zwei Wochen, dann sollte es wieder normal sein. I hope. I hope. Oh mein Gott. Ich habe früher mal ein Kilo Salz an meinem Essen gemacht. Das ist bestimmt ganz gesund für deinen Körper gewesen. Bestimmt ganz toll. Ich glaube auch nicht, dass Kohlensäure so geil für den Hals ist. Ich glaube, stilles Wasser ist auf jeden Fall angenehmer zu trinken. Aber ich glaube jetzt, die Kohlensäure ist glaube ich nicht das größte Problem. Aus meiner Familie hatte noch keiner Corona. Ich hatte noch nie Corona. Ich hatte vorher auch noch nie Corona. Das ist mein erstes Mal. Chat, mein erstes Mal Corona! Yeah! Ich hoffe nur, ganz ehrlich, dass ich bald nicht mehr krank klinge. Ich will nämlich eigentlich Aufnahmen machen demnächst. Ich will was singen. Thomas, Tomate, danke. Fünf, vier Monate, danke schön. Hast du dir Minecraft Capes geholt? Ich werde die ganze Zeit nach irgendwelchen Minecraft Capes gefragt. Alter, ich habe keinen Plan, was das ist. Junge, ich bin halt alt. Leute, sehe ich aus wie jemand, der Minecraft Capes sammelt? Mache ich das in meiner Freizeit? So wie, wie, keine Ahnung. Soll ich in meiner Freizeit erstmal losgehen und Minecraft Capes sammeln? Oh mein Gott. Die hat Minecraft zu unserem Montag-Stream via Twitch verteilt. Aber das, warte mal, was? Nee, sowas habe ich nicht. Ich glaube auch, ich selbst kriege dann keinen. Also selbst, wenn die Drops dann an sind. Ich glaube, ich selbst kriege auch keinen. Hallo Radler! Durch gesundheitlich beeinträchtig, aber trotzdem mal bei draußen fallen und in Clubs gehen. Schau mal, dass es dir gut geht. Pass auf dich auf, wollte ich sagen. Das ist mir gerade nicht eingefallen. Boah, heiße Zitrone ist echt... Und ich trinke das die ganze Zeit. Weil ich denke, es hilft. Hier! Guck mal! Nee, das ist der alte Streamplan. Moment. Ähm... Hier, look at that! Guck mal, das ist der Streamplan für heute. Bam, 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 bam. Leute, denkt dran. Das ist für die Bedrock-Version, nicht für die Java-Version. Die Caps steht auch bei. Ah, die Capes sind für die Bedrock-Version. Ja, dann interessiert mich das ja eh nicht. Ne? Welp. Scheiße. So, das ist der Streamplan. Heute möchte ich mit euch ein bisschen Hollow Knight spielen. Heute ist so ein richtiger Soulfood-Stream. Wenn das denn macht. So, ihr wisst schon, so... Ähm, ich hab das das letzte Mal schon gesagt. Hollow Knight ist mein Favourite-Game. Äh, neben Frostpunk. Und Hollow Knight spielen ist halt so richtig... Ähm, das wirft mich richtig. Gibt mir richtig Nostalgie. Passt eigentlich dazu, dass Twitch jetzt schon anzeigt, dass ich ein Jubiläum hab. Weil Hollow Knight war eines meiner ersten Stream-Projekte. Gibt's wieder Wetten, wenn ich Bosse mache oder sowas gerne. Oder irgendeine Challenge gerade mache. Manni, danke für drei Monate. Dankeschön. Endlich kann ich wieder meine Kanalpunkte das Klo runterspülen. Yes. Morgen geht die Party ab. Naja, es geht so. Ich kann halt trotzdem morgen nicht feiern. Ich hätte gerne mit euch morgen so einen kleinen Party-Stream gemacht. Und Karaoke gemacht und so. Aber sehr viel kann ich da nicht machen, ehrlich gesagt. Ich wusste auch nicht, wie ich mich fühle. Noch kein Jubiläum? Dann halt keine Glückwünsche. Ach ja. Halleluja und Happy Birthday. Nein, ich will... Ich hab nicht Geburtstag. Leute, mein Geburtstag ist noch vier Monate hin. Fast. Ich glaub fast nur noch drei Monate. Ach du Scheiße, Junge. Wie schnell geht denn das Jahr rum? Freude ich schon mal auf die Bilder von Yonichi. Die sind mega. Ja, ich krieg die ja, ich seh die ja immer. Yay. Ja, die, die, die... Ihr könnt euch darauf freuen, wenn das, wenn das dann, wenn ihr... Ne, wenn die dann verwertet werden, wenn die benutzt werden. Für, für das, was sie benutzt werden sollen. Oh. Ich hab irgendein Katzenhaar in der Nase. Och nee. Etwas weniger als vier Monate. Ja. Will noch wer das Bild vom Streamplan als Postkarte? Ey, das Bild ist wirklich sick. Das stimmt. Und es gäbe es denn manchmal so richtig cool, ey. Tinder wird alt. Ja, das sowieso. Oh mein Gott. Ja, jetzt kommen die ganzen Leute. Hallo, ja alle. Hallo. Ich hab gar nicht gesehen, na, gar nicht nachgeguckt, wie das YouTube-Video performt, das ich gepostet hab vorhin. Ich habe ein YouTube-Video gepostet. Bam, 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 bam. Oh, das sieht richtig gut aus. Krass, das freut mich doch. Yay. Das Video sieht gut aus. Freut mich, dass es gefällt. So. Kommt dieses Jahr auch wieder ein Gruß der Comedy-Mod-Truppe? Ich erwarte keinen Gruß. Also, wie soll ich sagen? Ich erwarte... Ich glaube, irgendwie ist es immer ein bisschen arschig, ein Geschenk zu erwarten in der Hinsicht. Also, ich erwarte es nicht. Und ehrlich gesagt, wenn meine Mods irgendwann mal sagen, sie haben keinen Bock mehr, das ist ihnen alles zu viel Arbeit, dann ist das absolut komplett in Ordnung. Deswegen, ich weiß es nicht. Und sowas zu erwarten, ist, glaube ich, auch nicht so nett. CB Cranky, danke schön für deinen Sub. Und willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Wir werden uns zusammen treffen und nackt Bauchtanz machen. Ah. Okay. Was? Muss ich mir noch anschauen? Warte, was müsst ihr euch anschauen? Ach, das Video. Yes. Dankeschön. Aber ihr könnt euch das gerne in Ruhe anschauen irgendwann. Demnächst. Ja. Hihi. Hihi. Oh mein Gott. Bin ich die Einzige, der sie von TikTok kennt? Hä? Aber ich bin ja die von TikTok. Habe ich es auch in meinen Tag stehen? Also, alles gut. Ich bin ja die von TikTok. Äh, TikTok. Genau. Palermo, stank für ein 20 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Ich kenne nicht seit zwei Jahren. Merke erst jetzt, dass du zwei Augenfarben hast. Belastend. Belastend. Nein, alles gut. Die von TikTok. Ne, 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 ne. Halt. Stopp. Hashtag not sponsored. Hashtag not sponsored. Oh. Hm, hm. Ich bin die von Spotify. Ah. Leute, die kennen mich von Spotify. Das geht mir immer noch nicht in meinen Kopf. Das ist eigentlich so ein krasses Kompliment. Wirklich. Dass Leute einfach, ähm, mich irgendwie über Spotify-Algorithmus gefunden haben. Oder dann so, die, so meine Covers halt ewig hören. Und dann so, hä, die streamt ja auch. Oder hat ja auch YouTube. What? Ich bin doch die von Ask.fm. Was? Sponsored? Soll ich anfragen? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin mit dem Höhenverstell im Schreibtisch. Ja, das sowieso. Ich bin die mit dem Kloteppich. Äh. Oh mein Gott. Wann sind eigentlich die Kloteppiche alle losgesendet? Wir müssen eigentlich, ich will eigentlich so, ähm, so eine, so einen Aufruf machen, dass ihr mir Bilder schickt, wo ihr euren Kloteppich hingelegt habt. Und dann bewerte ich das on-Stream. Ich bewerte eure Kloteppiche. Ach, keine Ahnung. Eure Kloteppich-Locations. Gibt es keine Partnerschaft mehr mit Uwu? Jetzt gerade habe ich keine Partnerschaft mehr mit Uwu. Sind die schon weggesendet worden? Ich glaube, ein Teil, aber ich weiß nicht, wie viel noch fehlt. Was stimmt denn nun? Twitch oder der Titel? Nein, ich habe morgen Jubiläum. Ab morgen bin ich sechs Jahre schon Twitch-Partner. Ab morgen werde ich sechs Jahre schon von Twitch geknechtet. Ja, sechs Jahre Partner und diesem Content kulminiert das Ganze. Du, wieder mit deinem kulminiert? Alter, ich kulminiere gleich deine Mutter. Lini, was ist denn? Ich kulminiere dich gleich. Mein Code funktioniert noch. Yes, der Code funktioniert noch. Oh mein Gott. Kloteppiche. Alter, ein Hütchen. Ja, das habe ich von letztem Jahr. Von Marco. Hallo, Luni. Hallo, Luni. Au. Krank funktioniert das nicht ganz so gut. Hallo, Luni. Ist alles gut bei dir? Kloteppiche sind noch nicht unterwegs. Wann die kommen, ist etwas davon abhängig. Welche Sachen man noch in der Bestellung drin hat. Ja gut, das macht Sinn, ne? Oh. Oh. Hihi. Hallo. Was ist das auf meinem Kopf? Ein Partyhütchen. Weil heute ist ja kein Partytag, ja? Heute ist nur ganz normaler Stream. Und ich bin ein bisschen krank. Ich habe Corona, ja? Ich habe die Seuche. Ich habe die Seuche. Ich habe die Seuche. P-P-Party. Ne, ehrlich gesagt nicht Party. Das ist voll ins Wasser gefallen. Ich werde auch morgen kein Partnerjubiläums-Party-Stream machen. Luni! Jetzt aufs Habs zu schenken! Hey, hey, hey! Hey, 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 Luni! Nur Party! Nur Party! Hier ist keine Party. Ich bin krank. Ja, ich bin au. Ich bin Corona-krank. Genosse Nikolai, danke für 38 Monate. Gibt es schon Updates, wann auf der Dokumi das Meet & Greet ist? Wenn du auf der Website oder auf der Dokumi-Seite oder auf meinem Twitter oder so noch keine Ankündigung gesehen hast, gibt es da noch nichts. Hm. R-R-A. Omega Bitties. R-R-A. 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 Nächste Vertretung Mut bei Ninja-Streams. R-R-R-R-A. R-R-A. 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 R-R. R-R-A-R. R-R-A. R-R-A. R-R-A-R. Nein, ich... Danke, Sparfuchs. Auch dir danke für fünf Subbies. Vielen, vielen lieben Dank. Ginger? Nein, wir... Ginger, ich weiß es nicht. Nein, ich... Ihr könnt das nicht mit mir machen. Ich bin krank. Majora, nee, für dich muh mich an. Nein, ich muh... Niemals. Hier, muh... Red mit meinem Rücken. Der kann dich anmuhen. Ja, mein Rücken kann dich anmuhen. Hier. Rebrand zum Kuh, VTuber. Chat, klippt das? Ich brauch das... Hä? Lennest Reaper? Mu? Was passiert hier? Worauf hab ich mich eingelassen? Was? Ich bin dankesch... Dankeschön... Fliegenhirst, dankeschön... Darf ich dich dann... Loli! Loli, 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 Loli! Loli! Loli, 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 Loli beforderte Luni will mal bei Ginger sippen? Luni kann immer bei mir sippen. Warte, was passiert hier gerade? Schlucken! Oh, fucking hell. Off-colour Milking-Stream. Wie Nianas erst mal, Leute. Ich werde jetzt gemilkt. Warte, was? Gemolken? Wie heißt das? Ich gehe kündigen, kann das nicht mehr. Warte mal, Alex. Du möchtest, dass jemand meinen Munen clippt, weil du das brauchst. Keine Ahnung, als Klingelton? Ich weiß nicht, was machst du damit? Was machst du? Okay, Alex, ich kann dir auch eine Sprachnachricht machen. Soll ich Alex eine Sprachnachricht machen, wo ich ihn anmuhr? Ich kann dir auch eine Sprachnachricht machen. Discord-Soundboard. Ach so. Ja, okay. Nur für das Discord-Soundboard. Genau das. Ja, ja, ja. Iron Dragon, danke für sieben Monate. Wir bitten darum. Hallo, Alex. Mo. Was? Ich... Dankeschön auf jeden Fall. Danke für eure Subbies. Vielen lieben Dank. Übrigens, Streamplan. Wir machen Hollow Knight. Und morgen... Guck mal. Morgen feiern wir so ein bisschen Partner-Jubiläum, aber viel Party ist da nicht, to be honest, weil ich tot bin. Aber vielleicht spielen wir ein Horrorspiel morgen. Und am Sonntag ist wieder Minecraft-Frühstück-Stream. Da passiert gar nichts. Ja! Diese Woche wird entspannt, glaube ich. Mo. 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 Danke, Ghostry, für dein Sub an Mo. Bitte vergiss, dass ich exist... Mo. 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 Warte mal, warum heißt die Ehrenkuh? Lasse diese Ehrenkuh, Ehrenkuh. Lass sie in dein Herz. Luni und Ginger dürfen sich auf der Dokumini treffen. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Kuh. Hä? Wo hab ich... Der findet meine Kuh nicht. Da. Hier. Lass die Kuh in dein Herz. Die Kuh ist nichts Schlimmes. Warte, wir können beide mit Strong Zero ködern. Warte, was? Warum sieht die aus wie ich? Warte, was? Die ist so cute. Ja, guck mal, wie lang die Zunge ist. Guck mal, Chat. Die will was von euch. Ich will nur mal... Oh Mann. Meine größte Angst, Kühe. Ihr müsst... Psch, psch. Ihr müsst keine Angst haben. Leute, ihr... Chat, ihr könnt sie sogar anfassen. Boah, die hat irgendwie... Wisst ihr was? Irgendwie diese... Diese Flecken, die die auf der Nase hat. Die sind schon anders. Also... Junge, warum hab ich nicht solche Flecken auf der Nase? Junge, die sind voll geil. Gut. Ähm... Ja, Kuhnasen fühlen sich voll geil an. Wieso klingt das jetzt wie so ein Hobby, das du vielleicht gehabt hast? So, ich weiß ja nicht, was Leute auf dem Dorf machen, aber ist das so ein Ding, dass du so zu einer Kuh gehst und einfach die Nase so an deinem Körper reibst oder sowas? Ist das so ein Ding? Die arme Kuh. Warte, ja! Was? Average Dorfkind Beschäftigung. Aber was? Valentin, Lucifer, danke für zwölf Monate auf Tier 2. Dankeschön. Jedes Mal, wenn du da zwischen sich und dem Kuhbild wechselst, sehe ich weniger Unterschied zwischen den beiden. Was? Was soll denn das jetzt sein? Oh. Ist wie bei einem Hund. Boop the snoot. Also so mal kurz so... Boop, boop, boop. So kurz zu machen sehe ich, aber die lassen sich voll gut streicheln. Ja, aber nimmst du auch so den Kopf und reibst dir erstmal die Nase an deinem ganzen Körper, so an der Brust oder so? Das klingt aber nicht nett. Ich finde, ich glaube, das ist etwas, das man nicht machen sollte. Ich glaube, die Kuh ist nicht consensual damit. Das ist nicht gut. Und... Leute, mir geht's heute irgendwie komisch. Entscheide ich, ich schiebe das auf meine Krankheit. Ja, Corona ist schuld. Ach was? Ach was? Also nochmal, Entschuldigung an alle, die ich verstört habe. Ich zahle keine Therapiekosten. Ich sehe schon, jenial gefallen, kür sehr gut. Am Ende wechselt sie ihren kompletten Content von Sokobus Berg, sie geht zu Sokobus Kuh, beziehungsweise Sokobus Muku. In dem Sinne, Mulululululul. Lololulululul. Texas Speech. Aber an den Euter zu langen ist fein. Ja, du willst ja, dass was rauskommt, ne? Dann darf man auch mal zu langen. Chat, es ist super schön, dass ihr da seid. Chat, findet ihr nicht auch? Das ist so toll, dass ihr hier seid, heute zu diesem Stream. Aua, obwohl ich krank bin und ihr dabei seid, das ist so lieb von euch. Meine Medikamente. Ich allein, wie geht's gut? Fuck, ja. Nein, ich habe einfach, Leute, ich sage, wie es ist, Mann. Ich habe irgendwie... Ich sitze die ganze Zeit hier und kann nichts machen, ne? Ich habe heute sogar meine fucking Wohnung aufgeräumt. Das muss... Also ein bisschen, ein bisschen neuer. Ähm, ich habe meine fucking Wohnung aufgeräumt. So langweilig ist mir. So deswegen, ich habe Stream vermisst, ja. Ich habe vermisst, wieder dumme Scheiße zu labern. Ich habe das vermisst. Äh, Magistar von vor acht Minuten. Magistar, hallo Magistar, guck mich an. Hallo Magistar. Aua, ich habe was im Auge. Ah, Magistar, oh nein. Tut mir leid, dass ich jetzt so komisch zwinkern muss, aber ich habe was im Auge. Ah. Oh. Okay, andere Seite. Oh. 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 Ha. Äh. Ich. Okay. Oh, gut. Puh. Das Kuhvideo wird wild. Warte, warte, warte. Was für Kuhvideo? Nein. Bitte kein Kuhvideo. Oh. Ich kann das nicht mehr. Was habe ich getan? Ich sitze gerade. Ich sitze gerade, versprochen. Ah. So. Eigentlich kann mein Schreibtisch ein bisschen höher. Ich habe jetzt auch fast meine heiße Zitrone ausgetrunken, oder? Hm. Ich glaube, auch nur bei Ginger kann man Abenteuer beim Zwinkern erleben. Ey, das ist anstrengend. Das ist ein eigener Sport, sag ich euch. Ich freue mich drauf, wenn er wiederkommt und damit leben muss, dass hier eine ganz neue Sache ausgebrochen ist. Was ist hier ausgebrochen? Das verstehe ich nicht. Was soll ausgebrochen sein? Ein Kuhmodel confirmed. Nee. Nee, to be honest, nein. Also jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Aber es sind ein paar andere Sachen in Arbeit. Ich bin ehrlich gesagt so, so hyped, euch zu zeigen, an was ich gerade alles im Hintergrund arbeite. Ha. Ich freue mich so sehr. Wow. Wo sind die Ziegenohren? Ich hatte noch nie Ziegenohren. Ich habe schon immer menschliche Ohren gehabt. Ein Wiggle. Ah, okay. Wigg, wigg, wigg. Ich mache mal ein bisschen. Dann könnt ihr meinen Rock sogar bobbeln sehen. Guck mal. Ha, 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 ha. Oh mein Gott, Hampelmänner. Chat, warum tut ihr mir das an? Ich weiß nicht, wie ihr jetzt am Abdancen seid. Ich hatte gerade wieder so einen Brainfart. Ich habe nicht mal gewusst, was ich da mache. Tja, die seid so klasse, dass ihr meine Scheiße mitmacht, Alter. Was gucke ich mir hier an? Ja, sieh zu, wie deine Hirnzellen schmelzen. Es ist in Ordnung. Brainfart. Ja, es war einfach legit gerade Brainfart. Plötzlich tanzt der ganze Chat. Ich weiß nicht mal, was ich gemacht habe. Ich erinnere mich legit nicht mehr an das, was ich vor fünf Sekunden gemacht habe. Und das ist ja unpraktisch als Streamer. Eigentlich sollte man sich daran erinnern, was man im Stream gesagt hat. Und nicht einfach irgendwas tun und dann sich nicht mehr daran erinnern. Das ist nicht gut. Egal. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt Hampelmänner. Yeah. Hampelmänner. Let's go. Oh, scheiße. Man sieht mich noch von hier hinten. Hallo, Jenna. Ich mache jetzt Hampelmänner. Let's go. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist nicht gut. Das sage ich dir schon lange. Warte, was? Was ist nicht gut? Ich habe es wieder vergessen. Wom ging es? Was ist nicht gut? So, ich habe auch direkt mal meine Controller geholt für gleich für Hollow Knight. Kein Sport während Corona. Ja, eigentlich sollte ich auch jetzt keinen Sport machen. Aber ich sitze die ganze Zeit nur rum und mache gar nichts. Vielleicht ist es gar nicht mal so gut, wenn ich ein kleines bisschen mich bewege. Hilfe, Leute. Meine Streamerin ist senil. Hä, das ist doch normal, oder nicht? Welche Gehirnzelle? Dass du Dinge sagst und vergisst, was du sagst. Was? Was habe ich gesagt? Hab letztens ein Video von dir... Von dir gesehen. Ich sterbe einfach, Junge. So. Hab letztens ein Video von dir gesehen. Dachte, es wäre neu, aber es war ein Jahr alt. Hä, ist doch voll cool, wenn... Ja, ich habe den Higgs geedit. Ich habe den Higgs zum Counter geedit, okay? Ich habe ihn geedit. Wer bist du? Das wüsste ich auch gerne mal. Ich wüsste auch gerne, wer ich bin. Ich habe wieder Hörner. Ja! Zeit, den Schwanz auszupacken. So, der muss auch dazu. Ähm. Du hast gesagt, dass du Chat li... Nein, das habe ich garantiert nicht gesagt. So welche dreckigen Worte würde ich niemals in meinen Mund nehmen. Brrach! Aber ja. Hab vielleicht ein kleines bisschen... Vermisst zu streamen. Was irgendwie komisch ist, weil so... Ich hatte jetzt keine große Stream-Pause, aber irgendwie... Die ganze Zeit einfach zu Hause zu sitzen und ich denke so... Krank sein. Ich habe halt viel... Äh... Ich habe viel rumgesessen, Manga gelesen, geschlafen. So, aber ich will auch irgendwas machen. Nein, Majora. Nein. Nein, nein, nein. Jindra streamt sich gesund. Genau! So mache ich das. Krank sein ist der Untergang für dich, Workaholic. Ich würde gar nicht sagen, dass ich so ein schlimmer Workaholic bin. Ich mag... Ich... Ihr... Ihr Chat gebt mir den Luxus, dass ich mich nicht überarbeiten muss. Ähm. Ich... Ich... Also, ich könnte mir vorstellen, eigentlich noch viel... Ist das Fenster zu? Oh, gut. Äh. Noch... Dass ich noch viel, viel schlimmer arbeiten müsste und gar nicht so viel Freizeit hätte, wie ich es jetzt habe. Äh. Wenn ihr mich nicht so krass supporten würdet. Und ich meine... Ähm. Ich mache ja jetzt auch nicht mal... So... So krass super viele... Äh. Sponsorings und sowas. Und... Äh. Trotzdem habe ich diesen Luxus, was ziemlich krass ist. Ich würde schon sagen, dass du das bist. Ein Workaholic. Nein. Finde ich gar nicht. Ich... 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 Ich sehe immer... Ich sehe... Andere Streamerkollegen und die sind... Die machen viel mehr als ich. Ich... Ich leiste mir es... Ich leiste es mir jeden Tag, mich einmal kurz hinzusetzen. Kaffee zu trinken und... Irgendwie eine kleine Schoki oder so dazu zu essen. So eine halbe Stunde oder so. Macht das ein Workaholic? I'm not so sure. So kann ich mir jetzt die eigene Kuh leisten. Warte mal. Moment. Ich will keine Kuh. Kirubo. Dankeschön für 49 Monate. Wer will das auch sponsern? Oh. Goose. Hey. Äh. Man konnte... Oh. Heute... Ein Ausschnitt von Deinen Nüsse sind Gesund Song im Radio hören. Bist du sicher, dass es mein Song war? Du... Was? Ich glaube, du meinst vielleicht lieber was... Was... Lieber das Original, wenn überhaupt. Du bist definitiv ein Workaholic. Du produzierst nicht extrem viel Content. Du steckst aber viel mehr Arbeit in die Sachen, die du machst. Achso, du meinst, ähm... Ich steck mehr Arbeit in einzelne Videos, als halt, dass ich jetzt so viel... Ja, I mean... Ich bin perfektionistisch, aber das macht mich ja jetzt nicht zum... Oder? Ich weiß es nicht. Äh. Ginger ist natürlich ein Workaholic. Glaube, aber Looney ist noch schlimmer. Looney ist richtig schlimm. Workaholic? Wohl eher ein Workaholic... Ein Workaholics. Oh Gott, Alter, das ist wie... Minecraft-Teilblöcke und Gameplay, aber ist lustig. Kommt drauf an, ob die Schoki mit Gold überzogen ist. Was immer, ich esse meine Schoki nur mit Gold. Chat, ne? Chat, es ist schon wichtig. Es ist... Es ist schon wichtig, dass das monatliche Gold voll ist, damit ich mir auch... Ne? Damit ich mir auch... Meine Schoki mit Gold überzogen jeden Tag reinpfeifen kann. Also... Was Niedrigeres kommt mir nicht ins Haus. Ah! Au! Ey, ey, ey! Oh mein Gott. Und unter 24 Karat esse ich meine Schoki nicht. Oha! Waldkauzi, danke für 12 Monate. Und der Putzi. Putzi? Putzi? Dankeschön! Für deinen Sub bekommen bei den Ginger Ninjas. Er ist dank für deinen Sub am Watermelon. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Dank, 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 dankeschön. Oh mein Gott. Ginger ist schlimmer? Ne, Luni. Niemals. Du bist viel schlimmerer, Workaholic, als ich. Ich war bei dir zu Hause und hab gesehen, wie du arbeitest. Und ich war so... Man. Damn. Damn. Da könnte ich mir ne Scheibe von abschneiden. Was? Boss ist leise. Aber hier funktioniert wenigstens das Kackalert. Hier, Texas fehlt Schnee. Fürs Bloodgold. Dankeschön, Magister, für 6,66 Euro fürs Bloodgold. Ich würde die These aufstellen, dass alle Leutchens von Leitmotiv ziemlich sicke Arbeitstiere sind. Meinst du? Äh. Es gibt ne Pommesbo, die die Currywurstpommes mit Bloodgold anbietet. Dinge, die es absolut gebraucht hat auf der Welt. Stimmt das schlimm? Luni ist schlimmerer. Genau! Warte, was? Nein, ich bin nicht schlimm! Ich nicht. Blattgold? Ja, ich brauche mein Blattgold. Sonst esse ich doch mein Essen nicht. Das schmeckt nicht ohne Blattgold. Definition Workaholic. Jemand, der sich nur schwer von seiner Arbeit lösen kann. Übermäßigen Genuss bei der Arbeit verspürt und sein Leben auf die Arbeit ausrichtet. Dementsprechend seid ihr alle Workaholic bei Loom. Scheiße. Aber was ist denn daran schlimm? Das klingt irgendwie so falsch. Chat, ist das so schlimm, dass ich euch genieße? Wer auch immer gepupst hat, ne? Ich hasse dich. Danke, dass du es direkt wieder kaputt gemacht hast. Wer auch immer gerade hier erstmal reingefartet hat an der Junge. Gehe weg. Das klingt sehr tos. Nein. Ach was. Seit Corona schmeckt denn das Blattgold nur nach Blattsilber. Leute, ich brauche mehr Blattgold. Ich schmecke es schon gar nicht mehr. Alle Talents Mega Workaholics. Ja toll. Und jetzt ist Alex, jetzt dadurch, dass wir alle Workaholics sind, ist Alex jetzt auch ein Workaholic. Das ist aber auch nicht gut. Ich war es diesmal nicht. War anonym. Irgendwer hat anonym hier reingepupst. Danke fürs Popwort. Dankeschön. So Leute, ich glaube, wir wechseln schon mal langsam. Ha? Ich schauke mir den ganzen Tag die Eier. Das bezweifle ich. Irgendwie immer, wenn wir telefonieren, hast du nicht geschlafen und musst irgendwie den ganzen Abend noch irgendwie arbeiten und den nächsten Tag auch noch. Oder fährst einfach durch halb Deutschland. Oder so. Hallo Sneaker. Anonympupsen wäre auch eine geile Superknappe. Scheiße, warum fand ich das so lustig? So. Oh mein Gott. So, ich habe gerade eben meinen Controller angeschlossen. Jetzt mache ich es mir bequem, Chad. Leute, jetzt beginnt der Teil, wo ich mein Favorite Game zocke und wo mir alles egal ist. Scheiße. Das Feuer ist so mächtig. Von dem Hütchen. Ja. Ich glaube, oh, ah. Wisst ihr was? Ich mache erst mal die Alerts. Aktualisiere ich. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart. Ich spiele mein Lieblingsspiel. Nein. Ich spiele mein Lieblingsspiel. Und ihr unterhaltet mich dabei. Ist das nicht toll? Ich kann mich nämlich jetzt zurücklehnen. Mein Favorite Game zocken. Einfach ein bisschen zocken. So wie früher. Heute ist ein richtig langweiliger Stream. Ja. Und ihr unterhaltet mich. Hallo Ente. Hallo Ente. Schön, dich zu sehen. Hm. So, ich mache das Propp mal weg. Das ist, das verdeckt so viel vom Screen sonst. Und die Flügel immer ein bisschen kleiner. So, vielleicht. Ähm. Eine Stunde Just Chatting ist doch noch voll im Rahmen. Ich kenne keinen Streamer, bei dem es weniger ist. Außer es ist dringend. Ich glaube, es gibt auch Streamer, die machen kein Just Chatting am Anfang. Aber ehrlich gesagt, ich finde, ich finde Just Chatting ist halt auch irgendwie, ist auch irgendwie wichtig, weil ich will ja auch ein bisschen mit euch quatschen. Und so habe ich halt mehr eure Aufmerksamkeit, als wenn ich gleichzeitig mich auch noch aufs Spiel konzentrieren muss. Und das Thema halt auch eher aufs Spiel konzentriert ist. Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass Leute so in den Stream kommen und fragen, wann geht es los? Und ich denke so. Also, Just Chatting gehört schon so auch zum Stream dazu, finde ich. Weil sonst könnte ich ja auch einfach YouTube-Videos machen, ne? Oder müsste das nicht live machen? Wenn du keinen Bock hast auf live Zuschauer kommen, wie heißt das nochmal? Hä? Wenn du keine Lust hast zu quatschen. So, das einfach. Das wird ja was, oder ist das sowas, wie wenn du sagst, das wird ein Cozy-Stream und dann wird es alles andere als Cozy. Das wird ein Cozy-Stream. Wirklich. Sonst verpassen wir die ganzen philosophischen Themen noch. Ja, weil wir uns immer so beim Just Chatting am Anfang so philosophisch unterhalten. Interaktion ist wichtig. Finde ich auch. Ich finde das super wichtig. Hm. Man kann zwar direkt zocken und in einen Shooter gehen, aber dann leidet der Chat stark. Ja. Vor allem, ich streame ja. Vor allem, weil ich mit euch reden möchte. Weil ich mit euch quatschen möchte. Und ich meine, gut, ich spiele schon meistens Spiele, wo ich auch noch ganz gut den Chat mitlesen kann. Aber ich finde Just Chatting, wo man einfach kurz ungeteilt ein bisschen quatschen kann, ist schon ziemlich wichtig. Ginger hat Cozy gesagt. Nein! Nein, das wird wirklich Cozy. Heute ist ein schöner Stream. Ja. Stunden Zip muss ich wirklich machen. Allerdings gesagt, werde ich auch hungrig. Ich glaube, ich hole mir schnell meinen Teller mit Food. Ich habe mir nämlich vorhin einen gemacht. Und esse den noch nebenbei so ein bisschen. Ich weiß nicht. Natürlich habe ich eine Stunde vor Streamstart überhaupt keinen Hunger gehabt. Und jetzt habe ich... Und jetzt, zwei Stunden später, habe ich richtig Hunger. Das ist natürlich gut, ne? Wir sind schon lange verloren. Hä? Was habt ihr denn? Ein Teller Salz mit etwas Essen als Beilage. Nein, ich habe mein Essen... Ich habe extra nicht so viel gesalzen. Es schmeckt trotzdem sehr salzig. Aber ich habe extra mir Mühe gegeben, ja? Ich habe mir Tassenkuchen gemacht gestern. Und ich habe meinen Tassenkuchen versalzen. Das war einfach das dümmste ever. Aber hat mir trotzdem geschmeckt. Danke Corona. Ich fand es trotzdem lecker. Hau! Keine Ahnung. Ich dachte, ich habe die Prise Salz. Und ich dachte so, ja, Prise Schmiese, Alter. Ich habe einfach ein bisschen mehr reingekommen. Und dann esse ich das so, so... Irgendwie ganz schön salzig. Scheiße. Das war schon gar nicht so geil. Da steht Zucker drin. Ja, da war auch Zucker drin. Aber eben auch Salz. Prise gleich Esslöffel. Ne, ich nehme mal so die ganze Packung und kippe die rein. Ja, eine Prise, was zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger passt. Ja, habe ich ja fast geschafft, so. Was zur Hölle, was denn? Prise Schmiese, tut er die Meisterkörchen? Muss ja auch crunchy sein. Kaust du nur noch so auf Salzkörnern rum, Alter. Bist du ja auch diejenige, die Cups mit ganzen Tassen verwechselt? Warte mal. Ist das eine Anspielung auf einmal, wo ich gebacken habe oder so? Ich hoffe nicht. Zu viel Salz endet tödlich. Ach was, mir ging es ganz super, nachdem ich das gegessen habe. Da muss das Salz am Backenzahn spüren. Ich bekomme eine ganze Packung Salz mit den drei Fingern gehoben. Zählt das auch? Ja, das muss auch zählen. Und das passt ja auch rein in den Kuchen, ne? Ich gönne mir jetzt Döner. Okay. Der gute Kuchendöner. Dönerkuchen. Hallo, Mann. Hallihalüchen. Jetzt hol dir dein Food. Okay. Da will er mich einfach loswerden, Mann. Manche mögen ihre Salz... Ziegen mögen ihre Salzlecksteine. Manchmal habe ich mir wirklich überlegt, ob ich mir mal so einen Salzleckstein... Also eigentlich... Ich gehe auch voll gerne zu unserem Regal und hole uns so einen großen Steinsalz. Wir haben so Steinsalz. Und dann lecke ich da dran rum, Alter. Das ist einfach anders geil. So, ich... Bis gleich! Diese Salzlecksteine sind Liebe. Nein, ich nehme einfach so ein Korn... Kornsalz und dann esse ich das. Ich liebe das einfach. Das ist es manchmal. Das ist manchmal genau das, was man braucht. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Wow! Alter, Jan ist sogar da! Hallo! Na? Ich kaufe mir gerade einen Salzleckstein. Bitte was? Baby! Malte, danke für neun Monate! Hallo! Ich habe mir was zu essen geholt. Om nom nom! Ich habe Nudeln mit Pesto und einem Spiegelei drauf. Weil alles ist besser, wenn man ein Spiegelei drauf klatscht. Ich hatte irgendwie vor Ewigkeiten mal eine Phase, wo ich immer auf alles ein Spiegelei drauf geklatscht habe. Dann ist die Phase weggegangen. Und jetzt ist sie wieder da. Ich klatsche wieder auf alles Essen, was ich habe, noch mal ein Spiegelei drauf. Wann kommt das Kochbuch? Wann kommt das Kochbuch? Da kopiere ich einfach aus einem großen anderen Kochbuch einfach grünes Pesto? Grünes Pesto, grünes Pesto. Strammer Max auf alles. Ja, Mann! Alles ist besser mit einem Spiegelei drauf. Oh! Oh! Hm! Kopiernudeln finde ich gut, dass du das verwendest. Das habe ich von dir, oder? Das sagst du immer. Oder? Scheiße! Ich wollte mich gerade hinsetzen, da merke ich, mein Handy verdeckt die Hälfte von meinem Bildschirm. Ach du Scheiße. Ich mach mal so. Meine Tante macht Pesto selbst. Oh, das ist auch selbst gemacht. Das Pesto. Oh, no. Schmeckt sehr intensiv. Finde ich. Ja. Dann packe ich mich mal hier hin. Kopiernudeln. Also wenn du etwas kopierst. Einfach nur. Ich weiß nicht. Lini sagte, nennt das immer Kopiernudeln. Ich finde den Begriff irgendwie, klingt irgendwie süß. Was wir machen, Leute. Wir spielen ein No-Death-Run. Oder unseren No-Death-Run weiter. Wir sind jetzt genau bei 5 Stunden. Damn. Wir sind wohl in City of Tears. Haben wohl in City of Tears aufgehört. Und... Copy-pasten. Wegen Copy-Pasta. Kopiernudeln. Ja, genau. Ah, ja, genau. Joghurt mit Ei ist bestimmt geil. Hä? Das klingt voll geil. Ich meine, Joghurt an sich ist ja erstmal weder süß noch salzig. Und ich muss gestehen, ich mag Joghurt und so eigentlich auch lieber salzig als süß. Schmeckt besser damit. Äh, genau. Und wir spielen... Wo bin ich? Genau. Wir spielen einen wunderschönen Hollow Knight-Run. Ich habe Hollow Knight schon mehrere Male durchgespielt. Und spielen einfach jetzt wieder ein bisschen so im Stream einen Keine-Tot-Run. Und wenn ich doch sterben sollte, dann ist halt... Es ist halt das Projekt erstmal beendet wieder. Oder wenn ich sage, ich habe keine Lust mehr. Beim letzten Mal haben wir den Soul Master gemacht. Und sind wohl jetzt gerade in der City of Tears stehen geblieben. Oh, yeah. Und Hollow Knight ist ein wunderschönes Metroidvania-Platformer. Das Dark Souls unter den Metroidvanias oder so. Und eines meiner Lieblings... Äh, meiner Lieblingsspiele. Und auch eines meiner ersten Stream-Projekte, die ich sehr lange und sehr gerne gemacht habe. Also ich habe bestimmt, glaube ich, schon zweimal oder so Hollow Knight gestreamt. Das eine Mal ist wirklich schon bestimmt fünf Jahre her. Deswegen ist das zu spielen im Stream für mich sehr nostalgisch. Sag kurz, worum es geht. Aber das habe ich doch gerade. Also ich habe eigentlich schon alles erklärt. Wir sind ein kleiner Käfer. Wir rennen rum. Sammeln, besiegen Gegner und sammeln Fähigkeiten. Komm. Oha. Das erste Mal war Ende 2017, Anfang 18. Scheiße. Hollow Knight ist cool. Hollow Knight ist wirklich... Eines meiner absoluten favorite Games. Und ich bin so froh, dass ich das mit euch spielen kann. Wirklich. Ja, der Käfer nutzt einen Nagel als Waffe. Warte, ich zeige es euch. Warfless God, danke schön. Hier. Hier. Hier können wir schlagen. Wir haben jetzt als Fähigkeit, dass wir runterdashen können, aber dafür brauchen wir Seele. Ähm. Das ist so weißes Zeug, das oben links in diesem Kreis dann erscheint. Jetzt gerade haben wir halt nichts davon. Ähm, aua. Wir können springen und schlagen. Bup. Springen und schlagen. Guck mal, jetzt haben wir weißes Zeug da oben drin. Diese Masken, die ihr da seht, das sind unsere Leben. Ja, wir können genau wie in Zelda auch, ähm, quasi Herzteile sammeln. Beziehungsweise in dem Fall halt Maskenteile. Hallo. Ah. Genau, hier. Da haben wir jetzt zum Beispiel... Wir fehlen uns noch zwei Stück, dann kriegen wir ein neues Leben. Ähm. Während tödliche Form wieder hergestellt wurde. Ah, okay. Das heißt, ich habe schon einmal den Nagel verbessert, letztes Mal. Easy. Du musst Pogo erklären. Ja, da schlägst du nach unten. Aber ich glaube, das sieht man ja einfach, wenn man zuguckt, oder nicht? Oh. Ich glaube, Hollow Knight war damals einer der Streams, den ich zum ersten Mal da war. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Oh. Kann sein. Kann sein. Wirst du gleich sterben? Wenn ich sterbe, dann ist der Stream vorbei. Wenn ich sterbe, dann ist nämlich der Spielstand gelöscht. Ich spiele ja den No-Death-Run. Wäre also nicht so praktisch. Komme ich denn eigentlich unten rechts schon weiter? Puh. Weiß ich noch gar nicht. Dann lebe. Ich gebe mein Bestes, nicht zu sterben. Ich habe die letzten Streams zu Hollow Knight mitbekommen. Das hast du sehr gut gemacht, Mann. Dann wird es ja ein kurzer Stream heute. Oha. Ente, glaubst du nicht an mich? Was soll denn das jetzt? Was soll denn das? Hä? Sagt die Karte nicht irgendwie, hier geht es weiter? Achso, vielleicht das hier, ne? Etik. Oh. Äh. Hier. Zweites Hex. Mann! Das geht von der Seite nicht auf. So ein Scheißdreck. Komme ich da noch nicht hin? Ich sehe zum ersten Mal Hollow Knight. Oh! Echt, ähm. Hollow Knight ist ein unfassbar tolles Spiel. Ich liebe alleine schon die Musik hier jetzt gerade. Oh nein. Ich habe keine Fliegen, die mir mein Geld bringen. Ganz unpraktisch. Aua. Ein zu der Zeit damals. Deswegen habe ich nicht die Nostalgie- Gefühle dazu. Ich weiß gar nicht. Haben andere, die in meinen früheren Streams dabei waren, wenn sie mir zugucken, nostalgische Gefühle? Das wäre irgendwie funny. Ich habe halt nostalgische Gefühle, weil das einer meiner ersten Projekte war. Und wenn ich das spiele, dann denke ich so, oh, so pretty, so toll. Lässt du mich? Ich will hier gerade mein Ei essen. Oder guckst du jetzt nur? Okay, der steht nur da und guckt. Ich glaube, der guckt nur. Aber der guckt sehr eindringlich. Ähm. Bitte lassen Sie mich. Das Vertrauen deines Chats ist auf einem Allzeithoch. Sprich, im Keller. Dankeschön. Dankeschön für 22 Monate. Und Holiday, danke für 23 Monate. Und hungriger Keks, danke für 13 Monate. Auf Tier 3. Hallo. Ich hoffe, euch geht es gut. Gib ihm was ab. Der hat Hunger. Nee, Alter. Der kriegt gleich meinen Nagel in die Fresse. So manche Projekte lassen mich anders fühlen, weil Halla ja auch kein da. Weil wir das schon 2017 gespielt haben. So krass, ey. Hm. Nagel, Junge. Ja, der will genagelt werden, Leute. Der will. Boah, ist mein Essen lecker. Also das Pesto habe ich echt gut hingekriegt. It's a good Pesto. Okay, jetzt guck, hör mal auf zu gelupsen. Ah! Aua! Okay, der hat es mir voll gegeben. What the fuck? Hm. Komme ich von hier noch gar nicht weiter? Kann ich von hier noch nichts machen? Ich glaube. Ich gehe vielleicht... Wo gehe ich denn als nächstes hin? Ich war auch damals nicht so aktiv hier. Ich war am Anfang meistens nur hier, wenn... mit Lina oder Marseille hergeradet wurde. Ah! Ich sehe! Oh, das war so krass. Echt, früher waren andere Zeiten. War ein Pesto im Shop. What the fuck? Das ist unser Pesto. Nee, lass mal. Ich überlege jetzt... Kann ich schon... Ich kann doch jetzt zu Crystal Peak, oder? Vielleicht gehe ich da jetzt hin. Vielleicht gehen wir jetzt zu Crystal Peak und ich hole mir da ein bisschen Kretze. Ein bisschen Crystal Kretze. Crystal Kretze. Weil eigentlich könnten wir jetzt auch nach Tiefnest... Tiefnest... Ähm... Aber... Also in... Dieses Gebiet hier, dieses Graue... Tiefnest ist ein sehr verhasstes Gebiet. Das mögen nicht viele Leute. Ähm... Weil es dort sehr ungemütlich ist. Aber das ist jetzt eigentlich nicht der Grund. Ich würde eigentlich gerne hingehen. Nur ich meine, dass es da sehr dunkel ist. Und ich deswegen eigentlich ein Licht, eine Laterne brauche dafür. Und ich habe noch nicht genug Geld, um mir diese Laterne zu kaufen. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt auch keine Lust zu grinden. Deswegen... Vielleicht gehen wir jetzt einfach... Wir gehen jetzt, glaube ich, einfach... Ähm... In ein anderes Gebiet. Das mögen nicht viele Leute, diplomatisch gesagt. Viele Leute finden dieses Gebiet scheiße. Ey, Alga, dich mag das auch. Aber es ist trotzdem ungemütlich. Also es ist ja genau das, was es soll. Das Gebiet soll ja ungemütlich sein. Aber... Oh no. Habe ich hier eigentlich schon aufgemacht? Ich hatte das hier noch gar nicht offen. Was ist denn hier unten? Okay, nichts Wichtiges. Es gab schlimmere Gebiete. Ja, Mon ist gar kein Fan von Crystal Peak. To be honest, ist es auch ein bisschen ekelhaft. Aber da gehen wir jetzt hin. Weil da leuchtet alles schön. Da ist alles pink. Und da leuchtet alles schön. Alles pink. Und es leuchtet. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe den Sub gerade gesehen, aber mich nicht bedankt. Ich bin so eine undankbare Streamerin. Ich war gerade so abgelenkt. Arctia, Star Demon. Dankeschön für deinen Sub. Dankeschön. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Hey. Hast du jetzt die ganze Zeit gerade schon gelurkt? Und warum kann ich hier nicht rein? What the fuck? Achso, ich glaube, ich soll hier noch gar nicht rein. Ups. Hast du gerade die ganze Zeit gelurkt? Und dann so gedacht, boah, ja, jetzt Sub ich rein. Oder hast du nach Hollow Knight Streams gesucht? Das ist ja irgendwie auch keiner süß. Bitte sehr. Ich hoffe, du hältst mich nicht für undankbar, Alter. Manchmal ist mein Brain so richtig am Filtern. Ich habe das zwar mitbekommen, aber irgendwie mein Brain so, nee, ich schlafe jetzt. Oh Gott. Nee, ich realisiere das jetzt nicht. Ich schlafe. Ah, Papa, Papa. Wie der da mit Möchtegern-Joghurt. Wieso? Was macht diesen Joghurt zum Möchtegern-Joghurt? Oh. Ah, ich wollte dir den Primes abgeben, weil ich dann Emotes mag. Oh mein Gott, wie lieb. Au. Oh, Stacheln im Arsch. Wie lieb. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Ich glaube, in diesem Stream hier, also nicht in diesem, sondern in einem Hollow Knight-Stream, habe ich auch einer meiner ersten größeren Donations gekriegt. Ich weiß nicht, warum. Ich hoffe, das wirkt auch nicht komisch, dass ich das gerade so random erzähle. Aber das war für mich halt damals ein ultra weirdes Konzept, dass Leute das wirklich machen würden wollen. Also, Lini weiß sogar noch, warum. Warum ich die Donation gekriegt habe, das ist ja insane. Lini, na, du bist manchmal gruselig. Okay, Lini meinte, ich habe die Donation gekriegt in einem Hollow Knight-Stream, die erste größere Donation. Und das war, weil ich damals Geld gesammelt habe für einen Führerschein. Junge. Ich, 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 ich. Das war richtig krass. Das war wirklich krass. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag noch im Bett gelegen. Also, nach dem Stream dann, den ganzen Abend noch im Bett gelegen. Und nicht realisiert, was da passiert ist. Und dauernd so auch auf mein Konto geguckt, ob das wirklich echt war. Ich war so, what the fuck? Warum, warum sollte mir jemand, äh, ne, Geld spenden, what the fuck? Das war dann erstmal richtiger Shutdown. Ja, bei mir, mir ging es dann gar nicht mehr gut. Ich glaube, ich habe auch nicht mal, ich war nicht mal so, ich habe mich nicht mal bedankt oder so. Also, vielleicht schon. Aber ich weiß, dass ich einfach innerlich tot war. Mich hat das so fertig gemacht und ich konnte das nicht glauben. Ich hätte halt auch niemals gedacht, dass ich irgendwie mir einen Führerschein irgendwann leisten können würde. Das war einfach für mich anders wild. Also, ich habe an dem Tag nicht genug Geld für den Führerschein gekriegt, aber halt eine große, eine größere Spende, die halt in die Führerscheinfinanzierung reingeflossen ist. Und ich sage es ehrlich, damals war ich finanziell so kacke aufgestellt, da hätte ich mir niemals einen Führerschein leisten können. Nie. Deswegen, Leute, ja, ich habe jetzt einen Führerschein, trotzdem traue ich mich nicht zu fahren. Nee, letztendlich, ich habe ja vorher auf dem Dorf gelebt, da hätte ich ein Auto dringend gebraucht. Jetzt wohne ich ja in der Stadt, jetzt ist ja irgendwie im Endeffekt doch alles anders gekommen. Hm. Führerschein ist verdammt teuer. Das ist insane. Hast du ihn jetzt? Yes. Also das war ja vor sieben Jahren. Ähm, so. Ganz ehrlich, wir gehen mal hier hin und gucken, was man so kaufen kann. Hm. Lini, warum weißt du sogar, wie die Usernames heißen von den Leuten, die donated haben? Das ist ja anders wild. Wie geht es dir eigentlich heute so? Krankheit weg? Nee, die Krankheit ist nicht weg. Ich klinge ja auch noch nicht gesund. Habe letzte Woche auch den Führerschein gemacht und am Tag danach nur alleine am Cruisen. Ah, das freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Holy shit. Ihr Sneaker. Sind das nicht so circa 3 bis 4K? Das geht doch noch. Was? Kostet der Führerschein mittlerweile 4K? Ohoho. Ohoho. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich für meinen Führerschein so 2K ausgegeben habe. Äh, 2K vielleicht so 2100? 4K! Ohoho. Ohoho. Oh, Inflation hittet ja hart. 4K. Nee, das hätte ich niemals leisten können. Das hätte ich... Also... Ha! 4K! Oha! Puh! Ich habe damals 1200 Euro bezahlt. Ohoho. Habe 2100 mit Motorradführerschein bezahlt. Ja, ich meine auch... Ich meine auch... Ich habe auch so um die 2000 bezahlt. Also nicht mehr als... Also nicht deutlich mehr als das. Sogar 5K für Führerschein? Ach du Scheiße. Oha. Oha. Flexi, dankeschön für 40 Monate. Das ist so ein weird Guy. Das klingt auch vernünftig. Also ist auch sehr nett von ihm. Aber wenn du keine Eltern hast, die Geld haben, dir mal kurz 10K auf dein Konto packen können. Oha. Also ich bin ganz ehrlich, ne? Wenn du jetzt heutzutage... Also es sei denn, es gibt irgendwelche Hilfszahlungen, von denen ich nicht weiß. Ähm... Wie heißt das hier? Zu... Ihr habt so harte Wortfindungsstörungen. Unterstützung. Vom Staat oder so. Ähm... Weiß ich Zuschüsse. Danke. Das ist das Wort, das ich so... Das ich sagen wollte. Wenn es nicht... Und du nicht irgendwie vom Staat oder so Zuschüsse kriegst. Bin ich jetzt doof? Bin ich gar nicht in den Laden reingegangen? Ähm... Schafft es, glaube ich, heutzutage eine arme Familie nicht, also niemals ihrem freaking Kind einen Führerschein zu ermöglichen? Ich würde halt auch eigentlich... Ne? Ich würde ja auch sagen, ja... Man könnte jetzt sagen, so Führerschein ist ja auch ein Luxus, ne? Also Autoführerschein ist Luxus. Würde ich gar nicht mal sagen, wenn du einen... Äh... Wenn du auf dem Land lebst oder so, wo du eigentlich drauf angewiesen bist. Dann war's das halt einfach. Junge. Wenn du ihn für die Arbeit brauchst, kann es sein, dass das Arbeitsamt ihn bezahlt? Oh, echt? Oder deine Firma bezahlt ihn dir, wenn man Glück hat? Ja gut, muss man halt so wissen, ob die Firma Bock hat. Dir... Ach, warte. Hab ich schon eine... Hab ich schon eine Laterne? Oder gibt's... Gibt's die noch gar nicht? Ich hab schon. Ich... Ja, dann könnte ich auch nach Tiefnest eigentlich. Aber ich gehe jetzt trotzdem nach Crystal Peak. Habe ich jetzt so entschieden. Achso, aber ich, äh... Zieh mir mal ganz kurz. Ah. Mir fehlt ein Charm, Lodge. Vielleicht kann ich mir einen leisten. Firmen können das absetzen. Ja, vielleicht kriegt man dann damit... Darüber vielleicht die Chance. Aber ich muss echt sagen, so... Drei bis vier K würde ich nicht als affordable bezeichnen. Ganz und gar nicht. Ich hab früher gedacht, mit den 2000 ungefähr, die ich bezahlt hab für den Führerschein, dass das etwas sein wird, was ich niemals haben können werde. Niemals. Mein Leben lang nicht. Deswegen Dankeschön. Also, ich bedanke mich jetzt bei euch. Ihr wart wahrscheinlich nicht da, als das passiert ist. Aber ihr ermöglicht mir auf jeden Fall jetzt gerade ein deutlich, deutlich sorgenfreieres Leben, als ich je gedacht hätte, dass ich das haben werde. Oder hast du jetzt kein Partnerjubiläum? Nee, ich hab kein Partnerjubiläum. Das hab ich morgen. Aber ist voll okay. Flexi. Ich hoffe, ich hab mich bedankt. Flexi. Ich hoffe, dir geht's gut. Flexi. Hm. Oh mein Gott. Wir nehmen den Dank im Namen der Leute vor sechs Jahren oder mehr gerne an. Na. Ach, man. Oh nee. Oh, ich hasse die Viecher. Warum war ich hier noch nicht auf der Seite? Mit Blattgold und Klozeppichen. Genau, mittlerweile wisst ihr, ich komme aus den tiefsten... Ah, okay. Ich komme aus den tiefsten Slums, aber wenigstens kann ich mir jetzt von euch ein bisschen Blattgold leisten. Hahaha. Ah. Eins, Baumi. Dankeschön für deinen Slum. Und willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Was für ein süßes Schild. Ich will das kaputt machen. Warum kann ich das Schild nicht kaputt machen? Oh Mann. Eine goldene Klo-Schüssel. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh, das ist so insane. Spotify als Ort, bei dem man aufgefunden werden kann, ist einfach anders wild. Dankeschön. Rain, der Trooper, danke für elf Monate. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt einfach wie das KI-Bild vom Papst mit der Daunenjacke. Nee. Ich habe das mit dem Führerschein aufgegeben. Ich müsste dafür einen Kredit aufnehmen. Darauf habe ich keinen Bock. Deswegen heißt du Nahverkehr NRW. Aber to be honest, Zugfahren ist auch ziemlich teuer. Ja, 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 ja. Dankeschön für 18 Monate. Dankeschön. Warte, das war jetzt voll unsensibel, oder? So meinte ich das nicht. Mir tat dein Kommentar gerade in der Seele weh. Aber jetzt habe ich diesen, diesen Kommentar gebracht. Das ist richtig unsensibel. Oh, 49 Euro Ticket regelt. Oh ja, das ist das Deutschland-Ticket. Kann ich mir schon Charm-Lodge kaufen? Scheiße, fünf weitere brauche ich noch. Ach du Kacke. Ja, toll. Dann nehme ich den günstigsten. Hier, das hier. Scheiße. Hupsala. Hupsi, das wollte ich nicht. Aua, au, 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 au. Ich muss sagen, bis auf die Horror-Streams höre ich deine Streams meistens nur. Ich mag die lustigen Konversationen sehr gerne. Ah! Ey, das ist voll, voll fein. Ich finde, dass da überhaupt kein Problem dran ist, wenn du meinen Stream als, äh, na, so richtig schön als, ähm, Hintergrundbeschallung als Radio benutzt. Ich habe meinen Führerschein nicht fertig machen können. Oh, nee. War fast fertig. Nachtfahrt hat noch gefehlt. Dann hätte ich mich prüfen lassen können. Wurde aber davor beim Arbeitgeber entlassen. Hatte dann keinen finanziellen Rückhalt mehr. Und es bin... Nein! So eine Scheiße. Ist Hollow Knight ein Game, das immer wieder erweitert wird? Oder hat es ein Ende? Es hat ein Ende. Es kommt mir so vor, dass Streamer das immer spielen können. Ich glaube, das liegt daran, dass das Spiel sehr gut ist und schon sehr alt. Also schon sehr lange draußen und viele Leute auf den Nachfolger warten. Vielleicht wird es deswegen immer mal wieder ausgepackt. Prime Sky! Dankeschön für die... Ja. Für deine 23 Monate. Dankeschön. Und für deine Nachricht zum Partnerjubiläum. Im Herbst wird Silksong sicherlich rauskommen. Bestimmt. Ach, ganz ehrlich. Es kommt raus, wann es rauskommt oder es kommt nicht mehr, wenn es nicht kommt. Ist in Ordnung. You got into... Ah, Luna! Na? So, was ist denn hier oben? Scheiße! Ich komme hier immer noch nicht weiter. Ich dachte, ich suche jetzt mal so ein paar Secrets hier. Guck mal so nach Dingen, die ich vielleicht... noch mitnehmen kann oder so, die ich noch nicht geholt habe. Hicks. Ah, scheiße. You're right. Ein weiterer Hicks. Hicks, Hicks, Hicks. Und da machst du nix. Ich bin durch die Fahrprüfung gefallen, als ich einen Atemnotanfall hatte. Bitte was? Das klingt aber nicht schön. Wie war oder ist eigentlich die Frostpunk 2 Beta? Oha. Äh, to be honest, ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, die Beta zu spielen. Ich hätte eigentlich mehr spielen müssen. Und es ist krass, das Game fühlt sich auf jeden Fall deutlich anders an als Frostpunk 1. Äh, das ganze Stadthandling ist sehr verallgemeinert. Ist jetzt, glaube ich, mein größter Eindruck. Aber ich muss, denke ich, noch viel, viel länger, viel, viel mehr spielen. Was ist hier eigentlich? Um da äh, einen besseren Eindruck von zu kriegen. Als ob, ich habe die noch nicht geholt. Komm her, mein Freund. Dein Model fasziniert meine Schlange. Da, ist irgendwie zu unpraktisch ohne Hick Emote. Lovos, danke für vier Monate. Hey. Dankeschön, Dankeschön. Wie war's, Jubiläum? Ja, man, vor sieben Jahren wurde ich aus den Eingeweiden von Twitch ge... Warte, Moment. Ne, vor sechs Jahren wurde ich Partner. Vor sechs Jahren hat mich Twitch unter seine Fittiche genommen. Mann, ey, das war eine Zeit, ey. Es kommt, wann es kommt, oder? Ja, na, das sind immer die guten aus... die guten Zitane... Tate. Was ist das? Ah, Grubsong. Scheiße, ich kriege nur ein bisschen Geld. Ich hätte gern mehr gehabt. Der zweite Teil hat ein anderes Spielkonzept als Teil eins und gibt es mit beiden Teilen eine Spielprächtigung. Ey, ganz ehrlich, ja, ich habe halt auch so Kritik gelesen wie, das ist aber Frostpunk 1 ist... Frostpunk 2 fühlt sich aber nicht an wie Frostpunk 1 und ich denke so, ja, okay, aber wenn du ein Spiel spielen willst, das ist wie Frostpunk 1, dann spiel doch den ersten Teil. Ne, das ist schon in Ordnung, aber es ist ein bisschen ungewohnt vielleicht. Da war Jinja noch nicht heute, Jinja. Ja, früher war ich, äh, ein Cam-loser, ein gesichtsloser Streamer. Oder was meinst du? Ein gesichtsloser Streamer. Jinja ist einfach aus den Gedärmen von Twitch rausgekrochen wie ein Alien-Parasite und ihre Mots sind nur infizierte wird Jinja da... Meddition, bitte was? Jinja ohne Gesicht. Wursti! Wursti! Ich hab das Gefühl, dein Video kam gut an. Also zumindest, als ich gerade kurz geguckt hab, wie ich so performe, sah es ziemlich gut aus. Ich glaub, dein Video kommt sehr gut an. Yeah! Hallo, Wursti! Du wurstige Socke! Oh, das klingt ehrlich gesagt ziemlich eklig. Was für wurstige Socke? The fuck? Jinja ist mein liebster Scheibenwischersound. Bitte was, Wursti? Bitte was? Ach, schön. Ja, ist so. So. Ach, ganz ehrlich, ich kauf mir ein paar Nadeln. Das sind Markierungen auf der Karte, damit ich weiß, wo was ist. Eigentlich ist nichts davon weiter wichtig. Verkäufer noch. Ach, ganz ehrlich, ich nehm die alle mit jetzt. Ist es schlimm, dass ich direkt den Ton im Kopf hab, der gemeint ist? Ach. Es ist, ja, ist in Ordnung. Ich mach die ganze Zeit so äh. Ich mach die ganze Zeit eh so weirde Geräusche. Ah. Boah, ich muss jetzt einmal, ich glaube, ich muss meinen Höhen, Hashtag Höhenverstellbaren Schreibtisch benutzen. und kurz mal ein bisschen im Stehen spielen. Boah, ich sitz, weil ich krank bin, so viel rum. Ich hab das Gefühl, meine, meine Muskeln entwickeln sich einfach zurück. Wirklich, ich hab halt keine Muskeln mehr. Boah. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich find das immer so funny. Ich hör von so vielen Streamern so, haha, ja, stillen, Höhenverstellbarer Schreibtisch hab ich nie benutzt. fühl ich gar nicht. Ich benutze den dauernd. Ich kann irgendwann einfach nicht mehr sitzen. Als ob ich die Einzige bin, die das hat, die, dass sie irgendwie sagt, boah, irgendwann, äh, mir ist das unangenehm. Ich kann nicht mehr sitzen, so. Mir tun dann so die Beine keiner weh oder ich werd halt so unruhig. Ey, Luna, bei dir seh ich das. Bei dir hab ich ja auch schon gemerkt. Du, du kannst sogar noch viel, viel weniger stillhalten als ich. Hab ich ja gesehen. Ähm. Aber ist ja auch gesund, ne? Kommt das nicht drauf an, was man spielt? Und was? Meinst du, bei, bei irgendwelchen Shootern geht man immer in Shrimp-Haltung, oder? Oder was meinst du jetzt? Ich hab einen Bürojob und würde für so einen Teil multiple Morde begehen. Ich, ich, fänd's irgendwie schön, wenn so höhenverstellbare Schreibtische Standard wären. Schreibtische Standard wären. Oh, wir haben auf der Arbeit solche Schreibtische, seitdem bin ich fast lieber im Büro als im Homeoffice. Oha! Ey, richtig geil. Ach, Quatsch. Ich bin doof. Zurück. Ich brauch dich. Hm. Da mach ich mit. Ich steh auch mal auf. Leute, aufstehen! Alle mal ein bisschen stehen gerade. Ich steh ja auch im Labor ständig. Ja gut, dann ist das ja schon mal gar nicht so schlecht. Oh, ich verschwinde irgendwie hier unten unter dem Bildschirmrand. So, Upsa. Hallo, geschmacklose Bergziege vom Berge Corona und verzweifelter Chat. Und alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Jubiläum. Jeder Tag ist ein Geburtstag oder Jubiläum. Nein! Nein, damit! Nicht jeder Tag ist ein Geburtstag oder Jubiläum. Oh. Die geschmacklose Bergziege vom Berge. Wisst ihr, wisst nicht, wie traurig das ist, den Kaffee zu trinken und der schmeckt einfach nicht nach Kaffee. Das war einfach Andershead. Das war Andershead. Ich hab das mit dem Stehen mal ausprobiert, nicht mein Ding. Ich kann nicht mehr sitzen, mir tut dann, ich werd so unruhig, ich werd so hippelig, ich krieg so Schmerzen in den Beinen irgendwie, so ziehen. Es ist nicht direkt Schmerzen, aber so. Leute, da ist wieder mein, da triggert wieder, ach ja stimmt, ich hab das ja alles. Wie kommt man nochmal auf normale Art und Weise in die Crispy Peaks rein? Ich glaub, ich muss von oben hier kommen. Scheiße. Juckt es die auch in den Gelenken? Nein, das nicht. Ah, bei Ginger ist immer Geburtstag. Nee! Damit, ich hoffe, dir geht's gut. Schön, danke auch für 200 Bits. Nach was schmeckt ein Kaffee, der nicht nach Kaffee schmeckt? Der hat nach nichts geschmeckt. Es war halt wie Kaffee, nur ohne den bitteren Geschmack, ohne Kaffee-Geschmack. So, nach gar nichts. War ein bisschen wie heiße Milch, vielleicht, weil ich hab ja auch Milch reingemacht. War so ein bisschen cremig. Mh, creamy. Ach, ich sollte nicht in den Chat gucken und gleichzeitig laufen. Wenn die Arthrose wieder kickt. Ja, wenn die Arthrose wieder kickt. Das geht doch nicht. Sicher, dass du einen Kaffee getrunken hast und nicht gar nichts. Man hört auf, weil ich über mich lustig zu machen, nur weil ich Corona hab und nichts schmecke. Hey! So, hier. Man darf halt auch nicht zu viel stehen. Yes, am besten ist sie halt in Bewegung bleiben. So ein bisschen stehen, so ein bisschen gehen oder sowas, ne? Hallo, are you fine? Ich glaube, ihr geht es nicht so gut. Powell! Powell! Na, Powell, du altes Haus! Danke für 600 Pits. Danke dir! Na, was machst du hier? Ja, bei uns auf Arbeit gibt es jedes Jahr eine Beurteilung und Wünsche. Ich hab aus Spaß reingeschrieben, dass ich gerne einen höhenverstellbaren Schreibtisch hätte und mein Abteilungsleiter so, okay, such dir einen raus und bestell den dann. Hab mir dann einen für 1200 Euro bestellt, jenjagd. Aber der, dein, ähm, dein Abteilungsleiter weiß mit Sicherheit, dass man das von der Steuer absetzen kann. Deswegen ist das, denke ich, kein Problem. Das ist wahrscheinlich eine gute Aus, eine gute Ausgabe in dem Fall. Was ein cooler Abteilungsleiter. Ja, aber das ist voll cool, dass du dir einfach selbst einen aussuchen kannst. Das stimmt. Oha, ich hoffe, der ist richtig gut. Oh, oh. Warum hast du Corona und ich nicht? Ich will das auch haben. Bitte was? Als wäre das jetzt hier so trendy, als wäre das jetzt cool. Ich weiß, ich hab das zwar vorhin als Spaß gesagt, aber das war doch nicht ernst gemeint. Hallo, wo bin ich? Automat. Ja. Mach mal auf. Hallo, Volli. Ich hab gar nicht Jubiläum. Twitch lügt. Twitch lügt einfach dreist. Oh, hier bin ich. Oh. Ich weiß, wo ich bin. Krabbel, krabbel, krabbel. Der Teil mit Blattgold war aber ernst? Ja, der sowieso. Chat, die müssten mir mein Blattgold finanzieren. Das ist wichtig. Krass. Das heißt, die haben wahrscheinlich viel Munis. Muni, Muni, Munis. Oh yeah. Oh nein, das Geld spritzt jetzt gleich einfach überall hin, Chat. Nein, das will ich nicht. Bei uns im Büro sind sie auch dabei, sich höhenverstellbare Schreibtische zuzulegen. Was die nicht alles tun, damit wir nicht mehr sagen können, dass die Büromenschen den ganzen Tag nur rumsitzen. Ey, ich finde das aber wirklich wichtig. Höhenverstellbare Schreibtische sind wirklich gut. gut. Wirft das Money durch die Miene. Oh, Chat, ist das Gebiet hier nicht schön? Ich mag auch die Musik voll. Ich finde schön, dass der Stream auch den Tag höhenverstellbarer Schreibtisch hat. Ja, natürlich. Der Schreibtisch ist ein wichtiger Teil meines Streams. Was hast du denn gedacht? Dass die Firmen merken, dass wenn die Leute komplett im Arsch sind, die auch nicht mehr so gut arbeiten können. Ach, Mensch. Eieiei. 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 Moin und hinter Hallo. Ich denke normalerweise gar nicht. Das ist immer gut. Damit kann ich viel leiten. Wiii. Du Scheißfliege. Ein ranziges Ei. Da freut sich man wieder. Oh. Hier ist irgendwo eine Grub. Ich habe sie grubbeln gehört. Wo ist denn die Grub? Oh, best. Oh, mein kleines Kind. Habe ich gehickst? Niemals. Niemals. Als ob ich gehickst habe. Wir sind doch nur hier für den höhenverstellbaren Schreibtisch. Jinnia ist nur Statisch denn. Statisch denn. Bellen und Kloteppich. Das sind doch dein Markenzeichen, oder? Oh, nee. Warum der Kloteppich? Isodea. Höhenverstellbarer Schreibtisch, Bellen und Kloteppich. Warum das Bellen? Ich habe schon lang nicht mehr gewauwaut, wisst ihr? Ich bin gar kein Wauwau mehr. Ich habe gar kein Wauwau mehr in mir. Ich bin frei von Ah! Von jeglichem Du Wichser! Von jeglichem Wauwau. Oh. Puh. Wird mal wieder Zeit für Wau. Ich mache gar nichts. Ich mache gar nichts. Fliegen sind solche Wichser. Oh mein Gott. Morgen wird wieder gewauwaut. Oh nein. Ich komme nicht rüber. Wie wäre es mit Horrorspielen? Scheiße, ich habe noch gar keine Karte. Äh. Ist das sinnvoll, wenn ich hier runterspringe? Wo komme ich jetzt hin? Ach, jetzt komme ich hier hin. Scheiße. Ich wollte gar nicht hier hin. Ja gut, jetzt nehme ich das mit. Hallo? Jetzt bin ich aus Crystal Peak raus. Amazing. Jetzt muss ich den ganzen Weg gleich nochmal gehen. Die fliegen auch gerne in den Tee. Die Wichser. Hallo. Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich werde gefangen. Um das Gefäß zu schützen, schlafen die Träumer. Monomon, die Gelehrte in ihrem Archiv umgeben von Dunst und Nebel. Lurien, der Wächter in seiner Warte die Stadt überblickend. Hera, die Bestie in ihrem Bau inmitten der tiefen Dunkelheit jenseits des Königreichs. Dank ihrer Hingabe trotz Thailand's Nest der Ewigkeit. Wow. So Leute, Standorte der Träume zur Karte hinzugefügt. Wir wissen jetzt, haben jetzt die nächsten Main-Goals fürs Game erfahren, wo wir hin müssen. Geh nicht weiter, kleiner Schatten. Was zwingt es, die Dunkelheit zu verlassen? Was führt es dazu, in dieses heilige Königreich zurückzukehren? Ein Ruf von jenseits der Siegel? Vom Gefäß oder diesen gefangenen Licht? Würden die Siegel brechen? Sie können nicht geöffnet werden. Aber das Gefäß wird schwächer. Die Seuche verbreitet sich aufs Neue. Sie müssen geöffnet werden. Doch unsere Siegel halten. Unsere Pflicht besteht. Es muss verbannt werden. Unsere Pflicht besteht. Es möge geschehen. Oh no! Verblasse, kleiner Schatten. Verblasse und lass uns in Ruhe schlafen. Nein! Ich weck euch jetzt auf, ihr Bitches! Äh, wo muss ich hin? Hallo? Ah! Ah! Ich wusste gar nicht, dass Monmon in Hollow Knight ist. Ey, ich lese da so oft, Monmon. Oh, ich war einfach ungeduldig. Okay. Das wusste ich natürlich. Das habe ich natürlich gewusst. Ja, ja. Monmon, Digitea zu Monomon. Ich mag Plattformer nicht, aber ich mache sie trotzdem. Meine Mama liebt mich. Manchmal nicht. Ich mag Milch. Im Kaffee. So! Was? Nächste Stufe dann Stereo, Mann. Was? Manchmal nicht. Manchmal nicht. Manchmal nicht. Was für ein schreckliches Schicksal sie dir aufgelegt haben. Dich in diesen Raum zwischen Körper und Seele zu werfen. Wirst du ihr Urteil annehmen und langsam dahin schwinden? Oder wirst du die Waffe vor dir an dich nehmen und dir deinen Weg aus diesen traurigen, vergessenen Traumbahnen? Ich mag Waffen! Wuhu! Ginger macht nur manchmal Sinn. Hey! Komm, jetzt die Traumkämpfe. Yes! Ab jetzt darf ich... Das ist voll hell, by the way. Es tut mir leid. Kann ich Traumkämpfe machen? Oh, zerschneide die Schleier zwischen Traum und Erwachen. Yes! Da können wir direkt eigentlich ein paar machen. Direkt mal gucken, ob ich ein paar hinkriege. Oh, ich hätte direkt Bock, Alter. Zeit für Seelentyrann. Oh, das wär's eigentlich. Ah! Ah! Okay, bitte ignoriert. Ich hab gerade meine Wasserflasche getreten und ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Du bist zurückgekehrt. Willkommen zurück in der Wachenwelt. Diese Gestalten, diese Träumer, sie haben dich mit dem bisschen Kraft, das ihnen noch bleibt, in diesen verborgenen Ort gezogen. Aber dieses Artefakt, das du jetzt trägst, der Traumnagel, er kann den Schleier zerschneiden, der die Wachwelt von unseren Träumen trennt. Nicht einmal die Träumer selbst können sich vor solch einer Waffe verstecken. Ich muss jedoch zugeben, dass diese heilige Klingel mit der Zeit stumpf geworden ist. Gemeinsam können wir ihre Kraft vielleicht wieder herstellen. Du musst mir nur Essenz bringen. Essenz. Essenz. Entschuldigung. Geh raus und bring mir das hier. Bitte. 100 brauche ich. Okay. Sie braucht 100 Stück davon. Die Klingel ist wie Gingers Humor. Stumpf. Hey, was soll denn das jetzt? Die Klingel ist wie mein Humor. Stumpf. Ey. Boah, das ist ein cooler Charm. Ginger, die süße Omi. Kleine Omi. Süße Omi. Ich bin die Oma. Scheiße, das kriege ich noch nicht auf. Mann. Wieso sagst du einfach ja darauf? Ja. Haia. Betrachten. Achso, das habe ich schon gemacht, glaube ich. Hallo Katzen. Danke schön. Ich habe doch super Humor. Ja, ich habe... Ich habe gar keinen Humor. Hier, Leute, ist aber ein kleiner Kampf, den wir direkt machen können. Und an dem kann ich auch direkt mal krepieren. Klingt das nicht gut? So, Leute, sterben wir an Cero. Erstmal Kanalwette. Sterben wir an Cero. Kannst du bei dem Sarg einen Dash nach unten machen? Konnte ich nicht machen, weil ich keine Seele habe. Mann, du klangst trotzdem wertend. Kann Ginger Cero besiegen? Ja, easy. Nö. Oh. Meine heiße Zitrone ist mittlerweile eine kalte Zitrone. Habe ich mich eigentlich bedankt bei Donburi Polo für 13 Monate? Dankeschön. Oh, ich muss das kurz runterspülen mit Wasser, ey. Boah, es ist salzig, sauer. Terra, danke für deinen Sub, Terra. Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Blumen. Irgendwie werden die nicht mehr. Ja, Algath, machst du bei Wetten mit? Komm, ich glaube an dich. Mach mich stolz. Hä, das ist nur Cero, Mann. Der gute Cero. So. Ah, ganz viele glauben an mich. Danke, Leute. Dankeschön. Ja, ich fordere dich raus. Ah. Hm. Mal sehen, ob wir spülen oder nicht. Ach doch, easy. Habe ich nein gemacht? Ja, ich will. Oh, da gibt's sogar Seele. Komm her. Ah. Au. Au. Ich will nicht sterben. Au. Aua, ich will nicht sterben. Nein. Ah. Ich will nicht sterben. Mama. Mama. Okay, reicht. Ja, wir haben es geschafft. Mama. Der klingt fast wie Coco, weil. Wie schade. Du hast doch auf mich gewettet, Mann. Was soll denn das jetzt? Hilfe. Okay, reicht. Oh, gerade sitzen. Dann stehe ich mal gerade, ne? Aha. Da bin ich mal gerade. Am gerade stehen, nicht? So. Wie viel kriege ich denn von dem? Kriege ich schon 100 von dem? Ja, ich kriege direkt die erste Belohnung von der Seherin. Schön. Yay. Ich habe es extra spannend gemacht. Ja, genau. Das habe ich ganz bestimmt. Mhm. Ja. Dank für's Papppart. Ich hatte auf dich gewettet, um die Hoffnung zu haben, dass du verlierst. Was? Hä? Das macht keinen Sinn. Was bist du denn für einer? Der Fail-Champion-Traum wird lustig. Ich finde den hart. Ich finde den auch hart. Kann ich den schon machen? Oh, 100. Die Sense. Geil. Bitte hier ein Siegel von Highlands. Warte, das ist das Einzige, was ich kriege? Ich dachte, jetzt kriege ich wer weiß was. Hä? Wie viel brauche ich jetzt? 200, okay. Ja, das kriege ich hin. Irgendwann geht schon das Spielerein mit den Bossen in die Hose und dann ist das Geheule groß. Ach, was? Was war das? Ja, sie hat sich halt richtig gefreut über die Seele. Äh, ne, über die Essenz. Aua, ich wurde benutzt. Wieso denn? Habe ich dir was getan? Klar macht das Sinn. Ich verliere meistens im Wetten umgekehrte Psychologie. Du hast ein Problem, glaube ich, mein Freund. Du hast ein Problem. Aber ich kann dir nicht dabei helfen. Was ist hier denn Schönes eigentlich? Fuck, wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Hilfe! Hilfe! Wie komme ich hier wieder raus? Hä? Warte, war da eine Stackstation? Ist hier eine Stackstation? Scheiße, Alter. Ich laufe einmal den ganzen Weg hin und dann wieder zurück. Äh, heute meine Tastas, äh, meine Tastas, also sag ich schon, meine Controller. Klingt ja nicht wundervoll. Leider ist der irgendwie sehr clicky. Ja, ist ja laut. Oh Mann, hier gibt es eine Stackstation, oder? Ne, nicht hier. Ah, ich kann das ja auch machen. Dein Controller ist immer so laut heute. Ist irgendwas anders? Nö. Hollow Knight Profi. Ne, 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 ich bin kein Hollow Knight Profi. Das habe ich nie behauptet. Was gibt da beim Baum das Hirschkefernest? Oh, scheiße. Oh, scheiße, das habe ich wohl irgendwie verpasst. Hallo? Ach, hier, oh. Ich habe es einfach übersehen. Anders belastend. Beim Baum, sagst du? Sind in dem Controller auch Mini-Kakerlaken, deren Panzerbesten beim Köpfe drücken? Mini-Kakerlaken? Warte, was? Warte, was? Nein, nein, die habe ich nur unter meiner Tastatur. Die Sache ist, ich habe eigentlich, ich könnte eigentlich mit meinem Staubsauger die Mini-Kakerlaken hier, die Kellerasseln mal raussaugen. Aber, ha, oh, als ich meinen Corona-Test gepostet habe, habe ich den auf meinem dreckigen Mauspad gepostet. Da fand ich so funny, da hat wer geschrieben, dass er erst dachte, auf meinem Charakter hier auf dem Mauspad, der hätte irgendwie so geile Schönheitsflecken oder sowas. Fand das voll geil, bis ihm aufgefallen ist. Ne, das ist einfach Dreck. Der hat einfach Dreck auf den Brüsten und im Gesicht. Und dann so, ah, oh, weiß ich nicht, oh, 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 oh. Was hast du für einen Controller? Das ist ein No-Name-Controller, den ich von vor Ewigkeiten noch habe. Der mal weiß war, weil ich weiße Technik und so mag. Aber, ich sag mal so, der ist jetzt nicht mehr weiß. Mittlerweile nicht, nicht mehr so weiß. Eher so gelb. Das Mauspad ist vintage. Wirklich. Das musste mal ihr allbringen. Boah, du hast ja mega den coolen Schönheitsfleck. Das ist eine Schokorosine. Oh, nee. So, wir gehen nochmal nach Mistmund. Da kann ich, glaube ich, die Karte... Könnte ich jetzt vielleicht ein paar Karten kaufen. So. Mistmund, Mistmund. Auf, auf, auf nach Mistmund. Und dann gehe ich den ganzen Weg nochmal Crystal Peak lang. Nein, halt, stopp. Kann ich schon den Traumboss-Kampf machen von dem ersten Boss? Weiß das jemand? Oder muss ich irgendwie erstmal... Muss ich irgendwie erstmal meinen Nagel weiter upgraden oder sowas? Kann ich den schon machen? Weil sonst würde ich den jetzt ausprobieren. Just for fun. Kann ich? Ah! Bapanada. Nein! Ich will das kaufen. Dann machen wir das jetzt. Yes! Elendig versagen werden wir. Die Sache ist, ich habe ja auch noch keine weiteren Notches, ne? Ich kann ja auch nichts machen. Easy. Geister Julian, danke für 200 Bits. Hallo, schön auch dich zu sehen. Komm, dann machen wir jetzt ein bisschen Kampf. Leute, schaffe ich den... Wie heißt denn der? Wie heißt die Traumversion von dem denn? Schaffen wir den? Im First Try! Sterbi? Ja, ein bisschen Sterbi. Günther. Nein. Fail Champion. Genau, schaffen wir den Fail Champion im First Try. Ich bin mir sehr sicher, er heißt weder Günther noch Johannes. Günther Johannes. Günther Johannes. Der kann es einfach. Günther Johannes. Bam, 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 badam, badam, badam. Oh, hier ist Geld. Ich war damals so hart stuck bei Hollow Knight, weil ich den Crystal Dash nicht gefunden hatte und ich hatte alles auf der Map abgesucht. Oh nein. Welcher ist mein Lieblingsboss? Äh, Nightmare King Grimm. Ist mein Lieblingsboss aus Hollow Knight. Äh, hallo Sinon. Nein, er heißt auch nicht Olaf. Alles außer diesen einen Raum. Oh, Alter, das ist so bitter. Das ist wirklich so bitter. Black Eyes Tim, danke schön für zwei Jahre. Oha, danke schön. Danke schön. Nightmare King Grimm. So, schaffe ich den im First Try, ist jetzt die Frage. Oh, die sind so süß. Sterbt! So, das war sinnvoll. Das war wichtig zu tun. Ich dachte, der Weg wäre länger. Ja, Lini, wir können ja auch noch ein bisschen quatschen hier, ne? Ich habe extra schon sehr früh gefragt, weil ich wusste, dass wir gleich da sind. Aber ist in Ordnung. Ich hätte auch einfach Bescheid geben können, dass der gleich in der Nähe ist. Ach, hier ist der schon? Ich muss ja nicht mal viel plattformen dafür. Ach du Scheiße. Mich hast du verurteilt damals. Ja, du bist ja auch ein schrecklicher Mensch. Welchen Boss magst du gar nicht? Ähm... Ich glaube, dieser komische Flugnest, hier der Larvenboss, ist, glaube ich, jetzt nicht so mein Favorite. Na, Yoshi! Dankeschön für 39 Monate. Die Egelmatrone. Die Egelmatrone. Ach nee, Flugnest war das, war der Charme, glaube ich, den man kriegt, ne? Oder sowas. Von dem Boss. Ah. Sind die Punkte jetzt nicht geschenkt? Kommt drauf an, ne? Also, ich finde den Boss schon ziemlich schwer. Ich kann mir vorstellen, dass ich den jetzt direkt verkacke. Der macht schon ordentlich Damage. Die Wächter machen keinen Spaß. Oh, die sind schon ordentlich, aber keinen Spaß würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde das schon cool. Dass die ein cooler Kampf sind. Egelnest, ja, das ist ja Deutsch. Ich spiele ja nicht auf Deutsch. Also, ja, jetzt doch gerade schon. Aber das Englische ist so krass in meinem Kopf verankert. Ich vertraue dir. Ich finde das krass, dass ihr mir vertraut. Es ist fast schon Hälfte der Hälfte. Oha. Ich vertraue mir selbst nicht, Chad. Der ist gar nicht so einfach, just saying. Ich gehe das gelassen an. Übrigens als Info, ich kann in diesem Kampf jetzt sterben. Mein Spielstand geht nicht kaputt, weil ich bin gerade nur in einem Traum. Wenn ich in diesem Traum sterbe, sterbe ich nicht in der Wirklichkeit. Dann wache ich nur auf. Das heißt, alles easy. Ja, der buttert schon anders rein. Ich glaube auch. Was für Charms hast du? Ich habe nur drei Charms. Ich habe leider zu wenig Plätze. Fragile Stärke, Sehnenfänger. Oh, ich habe den Kompass noch drin. Ich habe den Kompass vergessen rauszunehmen. Nämlich hätte ich hier ein Glaffenlied reinnehmen können. Naja, okay. Leute, ihr könnt euch noch umentscheiden. Ich habe den Kompass noch drin. Ah. Oh mein Gott. Der Typ wird mich andönern. Das habe ich auch noch nicht gehört. Was war andönern? What the fuck? Du kannst noch switchen. Ach, das stimmt, ne? Dann gehe ich mal kurz raus. Tschüss. You're right. Ich kann ja wirklich noch kurz switchen. Dann, ähm... Packe ich kurz was Vernünftiges rein. Wo ist denn die schnellste Bank? Ah. Stimmt, da droben. Die fünf Minuten wären perfekt dafür gewesen. Naja. Lormos. Wir reden nicht davon, was gewesen hätte sein tun. Das tun wir nicht, okay? 50-50. Oha, es ist fast genau 50-50. Holy shit. So, was nehmen wir rein. Er hält Seele, wenn du Schaden nimmst. Ich glaube, das ist es. Larvenlied. Warum verplemper ich denn mal? Ah. Hätte, hätte, Fahrradkette. Genau. Ja, ist in Ordnung. Ich kann mir auch hier von Gegner noch ein bisschen holen. Ah! Hallo, Kyokuzi. Hallöchen. Mal abwarten, ob ich diesmal Glück hab. Leute, ich würde mir nicht vertrauen. Ich hab den zwar einmal wieder geübt, aber ich meine, ich hab den nicht geschafft. als ich den geübt hab. Ich meine, ich bin elendig verreckt. Puh. So, dann wollen wir mal, ne? Let's fucking go. Oh. Oh, fuck. Oh. Nein, mein Spiel hat gehangen. Ah! Oh, oh, Leute, ich sterbe. Oh, fuck, ich bin gestorben. Ich habe doch gesagt, ich würde nicht an mich glauben. Ich setze einmal in meinem Leben auf Ginger unter Zweifel. Der ist schwer. Der ist nicht einfach. Ich habe gesagt, ich glaube nicht an mich. Oha! Yo, Leute, viel Spaß mit den Punkten. Wer hat jetzt verloren, wer hat gewonnen? Okay, Leute, dann sagen wir jetzt mal drei Trys. Schaffe ich den Boss in drei Trys? Drei Trys. Punkte verdoppelt. Ja, dann all in. Nochmal rein da. Innerhalb der nächsten drei Trys, ja. Plus gemacht, weil nicht getrusted. Gamba, Gamba! Leute, Gamba, Gamba, Gamba! Ich kann nicht mal mehr mitmachen, weil ich keinen Punkt mehr habe. Warum geht ihr auch all in? Warum seid ihr denn so? Double or nothing. Oh, Mann, ey. Tja, aber ich meine nicht all in. Wie ihr alle all in geht? What the fuck? Oha! So, Fail Champion. Nie wieder werde ich an dich glauben. Nie wieder. Und ist die Wette nicht ungültig, da der Gegner unfaire Mittel genutzt hat? Hä? Der Gegner hat unfaire Mittel genutzt? Wie das denn? Nein! Sind sie all in, rein da. Zwölf Sekunden später. Warum geht ihr auch alle in all in? Das habe ich niemals gesagt. Du legst mir gerade Worte in den Mund, die ich nie gesagt habe, ja. Und du kannst nicht das Gegenteil beweisen. Ja, wir haben zwar nicht Videobeweise, aber darüber reden wir nicht. Viel Glück, Minrek! Danke für drei Monate! Dankeschön! Oh, weißt du was? Ich strecke mich nochmal ganz kurz, dann lege ich los. Oh! Oh! Alles knackt! Oh! Haben wir eigentlich schon geschluckt für zwei Stunden? Man hat es knacken können? Ja, hat auch ordentlich. Ach, das Lagen. Ja, leider hat irgendwie mein Spiel gehangen. Ich weiß auch nicht warum. Äh, schlucken! Zwei Stunden! Ich habe noch 400 Punkte übrig. Direkt wieder all in. I believe. So gewinnt man alles zurück, oder? Naja, weiß ich nicht. Ich dachte, du wärst gut. Alter, was soll denn das jetzt heißen? Hallo? Weißt du, wie lange ich dieses Spiel schon nicht mehr gespielt habe? Weißt du, wie schwach ich bin? Wie viele Leben ich habe? Was soll denn das jetzt? Hallo? So, rein da. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Chat. Chat, der Try zählt nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Au! Okay, wir haben ja noch zwei Trys. Also alles gut. Wir kriegen das. Ah! Was war das denn? Das war, ähm, ein guter erster Versuch. Ja, ich habe es gut gemeint. Auf jeden Fall. Ich habe einen Fehler gemacht. Ficken! Du Wichser! Da gibt er mir mit seinem fetten Pugel direkt wieder einen mit, du kleiner... Nein! Okay, heilen ist bei dem nicht. Heilen ist bei dem nur, wenn er seine Steine holt. Okay, zweiter Try down. Aber das kriegen wir hin. Es ist ja noch ein Try, ne? Der erste Versuch war besser. Ach was. Ey, guck mal, ein Try haben wir noch. Ach so, jetzt springt der nach hinten. Da bin ich einmal nicht greedy. Hä? Du scheiß Stein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ich kann den Kampf gar nicht mehr. Okay, das war es mit drei Trys. Ja, okay. Äh, rip, Leute. Äh, nein! Scheiß, jetzt habe ich aber Bock, den zu machen. Scheiß, ich habe richtig Bock, den jetzt zu töten. Der regt mich auf. Niro! Wieso machst du denn das? Ne, mach einen 10 Trys. Wir machen 10 Trys. Ich kann den gar nicht mehr. Ähm... Kriegst von mir... Ähm... ...nen Blick zugeworfen, während ich gerade einen Sandkorn im Auge habe. Hallo. So, das kriegst du von mir. All in mit meinen 14 Punkten. Yeah. Warum geht's hier all in? Äh... Ihr müsst einfach alle an... Nicht an mich glauben. Ihr müsst einfach alle gegen mich wetten. Schaffe ich den jetzt in 10 Trys, Leute? 10 Trys. Oh, Mann. X-Fanny. Hallihalöchen. Wir haben an dich beliebt. Ja, ist ja schön, dass wenigstens ihr beliebt. Ich habe nicht beliebt. Ja, ich habe alles richtig gemacht. Deswegen wette ich nicht. Aber es macht Spaß. Oh, Gott. Oh. Oh, Max Payne. Das freut mich. Ach, schön. Hä? Es wetten trotzdem viele darauf, dass ich es schaffe. Wow. Ihr seid ja... Ihr seid nicht sehr lernfähig. Kann das sein? Ich glaube, ihr seid nicht so lernfähig. Das habe ich dummerweise wieder all in gemacht. Das ist ja nicht mein Problem. So, das sind jetzt die nächsten 20k. Wie ihr gewinnt jetzt? Okay, okay. 10 Trys, Leute. Das kann man schaffen in 10 Trys. Ich setze mich wieder hin. Nice, Allgard. Ich habe schon alles verloren. Da kann ich ja weiter auf Risiko gehen mit meinen 20 Punkten. Scheiße. Ja, Leute. Ich fange mal an. Erster Try läuft. Nein. Oh. Nein. Das ist ganz belastend. Der hüpft nur rum, der Affe. Mann, dann packt er seinen fetten Fettarsch auf mich drauf. Was soll denn das? Was soll denn das? Jetzt hör auf. Ficken. Ficken. Oh, dass der zwei Schaden macht, ist so belastend. Nein. Erster Trydown. Erster Trydown. Nicht beleidigen. Das ist mein Stream. Und ich mache meinem Stream, was ich will. Ich bin mir sehr sicher, dass das heute nichts mehr wird. Hey, hey, hey. Was soll denn das? Der Mitarbeiter hat mitten in der Schlange gemacht, die nicht mehr sehr lang war. Und ich durfte nicht mehr Hallo sagen. Das ist letztes Jahr mit dem Meet and Greet, mit der Schlange nicht gut gelaufen. Scheiße. Ach, das ist doch belastend. Oh nein. Wenn mich einmal so ein verfickter Stein trifft, bin ich halt tot, ne? Ich kriege den Rage Crit. Rage Crit habe ich noch nie gehabt bei Hollow Knight. Dafür liebe ich das Spiel einfach zu sehr. Zweiter Trydown. Komm schon. Ich will dich schaffen, ohne dass ich jetzt noch ein neues Leben hole. Du bist so ein Wichser. Wie das? Da will ich einmal ein bisschen greedy sein. Oh. Okay. Get her Trydown. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Nebu, danke für dein Tier. Zwei Reserve. 56 Monate. Dankeschön. Ha, 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 ha. We win these. Hm. Du bist so ein Hurensohn. Sorry, was? Oh, ich hasse dich. Mein Tracking ist wahrscheinlich gerade kurz gestorben. Es tut mir sehr leid dafür. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mann. Das sag ich deiner Mama. Das ist okay. Die liebt mich eh nicht. Oh, warte. Try Feardown. Ja, Try Feardown. Er ist ein Uhrensohn. Ja, das ist auch in Ordnung. Wir haben es noch nicht mal aus der ersten Phase raus geschafft. Der hat eigentlich keine zweite Phase. Der Boss ist bestimmt der Rächer für die Mini-Kakerlaken aus deiner Dastatur. Domit, was hast du gegen meine Kakerlaken? Du hackst schon die ganze Zeit auf denen rum. Die haben auch Gefühle. Hallo? Oh, dieser Kackstein im Weg. Ich hasse dich. Du bist so ein Bastard. Nein, der Stein. Oh, fuck. Oh, Try Feardown. Du hackst doch auf denen rum. Also so richtig. Aber die sind schon tot. Domit, die merken das eh nicht mehr. Weißt du, wie viele Leute Geld dafür bezahlen würden, dass ich auf ihren toten Körpern... So, nächster Try. Oh mein fricking Gott, das war mehr als knapp. Nein, so ein Kackstein. Nein. 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 Oh, ich bin dumm. Einfach anders dumm. Fecken diese scheiß Steine. Ich wollte nicht in die Steine springen. Scheiße. Scheiße. Nein, da hat mich der Stein getroffen. Nein, und da hat mich der zweite Stein getroffen. Nein, I'm back again. Ich heile viel zu lange. Ich hätte mich gar nicht heilen können an der Stelle. Scheiße. Nein. Try Sextown. Scheiße. Ein Stein hat einen Sinn. Er kann von Bedeutung sein. Ich weiß, dass ich hier nicht fühle. worse than you do so tell me what's the use feeling blue why would you want to employ her subjects that destroyed her why keep up her silly so tell me what's the use of feeling what's the use of feeling what's the use of feeling blue mtl dankeschön für deinen sub willkommen bei den sünder ninjas oh ich lebe noch dankeschön ich weiß nicht warum du jetzt abwerben wollen würdest aber vielen lieben dank ich bedanke mich try seven down ja online ich war wieder greedy auch normalerweise wurde ich immer bestraft wenn ich zwei hits vor und ich sag's noch nein 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 Oh, dieser Content ist einfach überzeugend, um Sub zu werden. Ja, das freut mich auch. Was war denn das jetzt? Try 8? Try 8? Hampelmänner. Ich will jetzt keinen Hampelmänner machen. Ich will jetzt diesen Kampf machen. Der Boss ist bestimmt der Rächer für die Mini-Kakerlaken aus deiner Tastatur. Nee, den habe ich schon gelesen vorhin. Ich dachte, du hast jetzt noch was geschrieben dazu. Sentinets Jewels. Dankeschön für 23 Monate auf Tier 3. Dankeschön. Hallo, ich mache jetzt Hampelmänner. So, let's go. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. What's the use of feeling? What's the use of feeling? What's the use of feeling blue? Oh, how can you stand to be here with it all? Here with it all. Let's make a plan of attack. Let's make a plan of attack. Start looking forward and stop looking forward and stop looking back. Oh, yes. Of course, we still love her. And we're always thinking of her. Don't you know I miss her? Don't you know I miss her too? Let's make a plan of attack. Let's try, yeah. Hat jemand Ginger's Kassenbong? Die ist kaputt. Nein, mir geht es richtig gut. Du bist so eine Anal-Gurke. Was? Warte, was? Was? Warte. Was? Was habe ich da gesagt? Was? Was? Du bist so eine kleine Anal-Gurke. Ich weiß nicht, warum komme ich auf Anal-Gurke. Okay, Leute. Nee, ich lasse es an der Stelle. Ich gehe jetzt. Tschüss. Nee, hab verkackt. Ja, genau. Das sind die richtige Kurke. Ich habe zu viel rumgeschrieben. Beim Hals tat das gar nicht gut. Oh. Kurz mal die Stream-Drogen einwerfen. Ich würde ihn weder in meinen Arsch schieben, noch würde ich seine Erscheinung als sonderlich gurkenförmig betiteln. Ach was, Nebu. Wie geht es deinem Hals so? Ja, der tut weh. Nein! Ich will keinen Sub bei mir haben, der Anal-Gurke heißt. Auch Sätze, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie in meiner Streamer-Karriere mal droppen würde, aber... Oh Mann, ey. Leute, es tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Also, die Sache ist... Ich glaube, ich hätte selbst viel zu viel Bock, das jetzt zu probieren. Mit unserer jetzigen Ausrüstung. Wenn ich alleine spielen würde. Aber... Wenn ich das jetzt im Stream mache, machen wir doch was anderes. für die 5500-K-Punkte-Profit. Mh! Xeno-Switch, dankeschön für deinen Sub! Willkommen bei den Sinterninders! Mh! Damit hast du jetzt auch keine Punkte mehr. Tja. Ist auch ein bisschen... Ist ja selten dämlich, wer auf mich setzt, ne? Ha, 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 ha! Oh Mann! Willst du Seelentyran probieren? Ja, wir machen jetzt Seelentyran. Wir machen jetzt was anderes. Ja. Heute das erste Mal dabei. Vorher nur bei YouTube gesehen. Oh, dankeschön! Jemand, der von YouTube kommt. Hallo! Mh! Hypetrain, Hypetrain! Ba, 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 ba! Hypetrain, Hypetrain! Ba, 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 ba! Ich geh dann mal mit der Yin-Yatas rum, die heute ankam, und bitte noch punkten. Danke, du Ziege! Hypet, Hypet! Warte mal. Warte mal, ist das die... Ist das die nächste, die ich hab? Nein! Ich hab mich verdrückt! Ja, du... Da bin ich hin. Hm. Da bin ich halt dumm, aber kann gutem Gewissen nicht weiterschauen. Warte was? Diesmal sind die fünf Minuten hoffentlich nicht so viel. Ja, Leute, denke ich, ich schaff... Ich probier jetzt einen anderen, äh, Kampf. Denkt ihr, ich schaff den? All in again! Mir ist aufgefallen. Chat, das dürft ihr mir sagen. Krieg ich von den Traumkämpfen nichts über Seelenfänger? Krieg ich den Traumkämpfen nichts davon? Krieg ich beim Seelen-Tyranda überhaupt was? Und er hat das Spiel schon mehrfach durchgespielt. Dann ist es eine Sache der Übung, ja. Doch, nur Fade-Champion gibt keine Seele. Ah. Okay, dann benutze ich den weiter für... Weißt du, dann hätte ich den ja auch für den Fade-Champion ja auch einen anderen Charme reinmachen können, wenn der eh nix bringt. Was? Krrrr! 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 Oh, mein fricking Gott! Dankeschön! Krrrr! Danke für fünf Subbies! Ist es okay, wenn ich dich einfach immer... Krrrr! Wenn ich dich einfach immer... Krrrr! ...nenne? Ist das okay? Ich weiß, sorry, Alter. Ich hab mich gerade so erschrocken. Ich dachte, ich sterbe. Wo muss ich denn hin? Äh, äh... Ach, weiter nach unten und dann rechts. Ja, ja, das hab ich gewusst. Ist das... Ist das okay, wenn ich dich so... Pass, supi! Nice! Okay. Krrrr! Oh, Mann, danke dir für fünf Subbies! Brass... 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 Na, ich sollte, glaube ich, nicht irgendwelche Dinge, die in den Chat geschrieben werden, rein, äh, vorlesen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Zünder deinen Hals. Yay! Heute willst du Leute aber auch fertig machen. Hä? Ich... Ich wollte... Das war doch gar nicht beleidigend gemeint. Hä? Oha, was denkt ihr denn von mir? Hey, hey, hey! Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab erst morgen Jubiläum, nicht heute. Och, nö. Ich hab erst morgen Jubiläum. Warte mal, wo geht's denn hier schon nach rechts? Ach, hier geht's los. Oh, wuf... Ginger macht Shadima fertig, Alter. Ihr macht mich fertig! Warum denn jetzt Hype-Train? Ich will jetzt den Seelentyrann machen! Ich will jetzt richtig meine Seele wegfisten! Und ihr... Oh, Scheiße. Und ihr stört mich dabei! Hm. Und feiern wir eben zwei Tage lang. Oh, Mann. Hallo, Krenaks! Danke für... Wir haben 50 Monate! Wo bin ich? Ich glaube, hier ist richtig, oder? Vertraue sowohl in das Spiel als auch in deine wundervoll ausgearbeiteten Hallonight-Skills. Okay, das ist... Das kannst du so machen, ja? Ich hasse dich. So. Alles Gute zum Partner-Jubiläum! Ich! Ich... Ich hab... Ich hab kein Partner-Jubiläum! Trotzdem vielen lieben Dank für deine Savies. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Es wird wieder Geld verbrannt. Es wird wieder Geld verbrannt. Mein erster Kauf von dir wird der Kloteppich. Leider gibt es den Kloteppich nicht mehr. Es tut mir sehr leid. Du hast dir leider verpasst. Nein! Nein, 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 nein! Nein, damit nein! Ich fiste keine Seelen weg! Halt! Stopp! Nein, das mach ich nicht! Ja, dankeschön. Dankeschön. Ich bin schon da. Aua! Du kleiner. Du kleiner. Nein! Ach, mein erster Kauf bei dir war der Kloteppich. Und, bist du zufrieden? Bereust du deine Lebensentscheidung wenigstens ein Stückchen? Ah, Ghostry hat Seelenfister. Danke, Ghostry, dass du jetzt Analgurke und Seelenfister einen Sub geschenkt hast. Hypetrain Level 5. Vielen lieben... Ich... Ich weiß nicht, warum. Was... Was tut... Warum? Wieso? Was macht ihr? Jetzt, warum spawnst du denn nochmal, du? Junge! Oh... Immer dieses Sassi-Song-Giftes, ehrlich so! Hm... Ich fasse mich nur dem Stream an. Ja, zumindest... Solange... Zumindest sagst du nicht, du passt dich dem Stream mehr an, ja? Das heißt, zumindest der Stream ist schuld. Nicht ich bin schuld. Ich bin nicht schuld! Niemals! Niemals nie! Warte, ist hier der Bossfight? Ah ja. Ja, okay. Ginger, du bist der Stream. Warte was. Ja, nein, ich bin nicht der Stream! Nein! Ich bin Ginger! Chat, hä? Seid ihr doof? Sehe ich aus wie der Stream? Sehe ich aus wie der Stream, hä? Hä? Hier, ich bedrohe euch mit meinen Flügeln. Sehe ich aus wie der Stream? Ich bin nicht der Stream, ich bin Ginger! Hallo, ist hier der Stream? Nein, hier ist Ginger! Nein! 29% glauben an dich. Warum glaubst ihr alle nicht an mich? Ich bin richtig gut. Hä? Du bist der Bananenkönig. Junge, ich steck gleich eine Banane in dein Ohr. Nein! Tja, Leute, machen wir jetzt... Machen wir jetzt mit Hypetrain den Bosskampf. Oh, cool, ich hab auch noch Ohren. Danke fürs Verpasst. In dein Lieblingsohr steck eine Banane in dein Lieblingsohr hinein. Ja, dann machen wir mal Hypetrain. So, eine Sehentür an. Achso, und der S will angezwinkert werden. Hallo, RS. Na, hast du auch dein Müsli gegessen? Oh Gott, scheiße. Und jetzt soll ich auch noch wiggeln. Okay, und ich soll auch noch schlucken. Okay, wisst ihr was? Schlucken! Chat, es ist Wochenende, da kann man auch mal reinsch... Ist es wirklich Wochenende? Reinschlucken! Let's go! Au! Hey, womit hab ich das verdient? So, ich... Ich wiggel jetzt. Wiggel, wiggel. Wiggel, wiggel. Ich fürste gleich den Seelentür an. Und Chat beruhigt sich bestimmt dann. Ja, 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 denn Chat kann sich benehmen. Ich werde gleich sein Leben nehmen. Der war gut, oder? So. Ah, wah, 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 wah. Hast du genug gewiggelt? Wiggel, 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 wiggel. Was? Gut, wir fangen an. Genug gewiggelt. MTL, danke für 100 Bits. Dankeschön. Ginger droppt die Lines. Ja. Ja, genau. Ich sollte Rapper werden. Hm. Ich hab seit Mittwoch bis Sonntag Wochenende. Oh mein Gott, alter. Easy. Easy. So Leute, Level 5 Hype Train ist gleich vorbei. Wir fangen einfach an, okay? Vielen lieben Dank aber für all eure Unterstützung. So, first try wird das easy. First try easy easy easy. Let's fucking go. Ah, ich fahre runter. Ah, ja stimmt. Ich leuchte bunt. Mal gucken, vielleicht leuchte ich gleich immer noch bunt. Wo bin ich? Mama. Ah, hier. Hier bin ich. Hallo. Hier bin ich. A, E, I, O, 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 Du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei. Fühl dich endlich frei. A, E, I, O, O, Du gehörst doch mit dazu. K, K, Tan, Salam. K, K, Tan, Salam. Aua. A, E, O, Du gehörst doch mit dazu. Ach, was mache ich denn? A, E, O, 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 O. Oh Gott. Ohne Doppelsprung ist das ein bisschen ekelhaft. A, E, O, 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 O. Nein! Nein. Puh, ich musste mal los zur Arbeit. Okay, viel Spaß dir. Viel Erfolg dir. Oh, nö. Upsa. Du Wichser. Hihihi. Boah, richtig greedy. Dreimal gehealt. Okay. Okay, steh ich hier richtig? Ja. Man kann sich gut an den Markierungen auf dem Boden merken, wo man stehen kann, ohne getroffen zu werden. Dankeschön, Shin-Taku, für deinen Sub. Nein, jetzt komm her, du. Hiya. Hallo an alle. Ah! Du Scheiße. Oh, aua. Nein, ich hab ja keinen Doppelsprung. Ups. Boah, das ist ein bisschen belastend. Weil wenn er so antäuscht, kann man halt easy nochmal korrigieren, wenn man einen Doppelsprung hat. Den hab, 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 hab ich halt nicht. Ginger, Konzentration. Ja, ich konzentriere mich doch, Mama. Mama, ich konzentriere mich doch. Ich konzentratiere mich. Au, 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 au. Danke auf jeden Fall für 16 Monate, Shin-Taku. Danke schön. Danke schön. Sieht man aber nicht. Hä? Wie, das sieht man nicht? Wie? Man sieht nicht, dass ich mich konzentriere. Was soll denn das jetzt? Hallo? Ach du... Ach doch, nicht da oben. Habe ich den noch getroffen damit? Au. Ginger konzentriert sich schon, aber nicht auf den Bosskampf. Hä? Doch, tu ich voll. Ach, scheiße. Huuu. Huuu. Du Wichser. Nein, 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 nein. Zweimal hier ist drin, dreimal nicht. Huuu. Huuu. Oh. So. Läuft doch ganz gut gerade. Ich würde auch sagen. Man, ihr ist da, ihr ist. Danke für 19 Monate. Yeah. Ich konzentriere mich wirklich toll, ja. Oh, scheiße. Oh, das Timing ist wohl viel früher. Oh, scheiße. Jetzt... Nein, nicht jetzt sterben! Nicht jetzt sterben! Nein! Hahaha! Nein! Als ob! Nein! Nein! Der Wichser. Die letzte Phase ist so eine Doppelsprung, aber auch fies. Echt? Ich hab das früher immer mit Daschen gemacht, glaube ich. Meine ich. Aber ich hab das Timing nicht mehr im Kopf. Och, Mann. Ach, Mensch. Schon wieder meine Punkte verloren, Lula. Oh, Jo, es tut mir leid. Oh, nein. Was fällt dir ein so zu Sterbseln, wenn ich den Chat betrete? No. Ich mach das auch mit dem Dash. Ja, mit dem Dash geht das ja auch. Aber das Timing... Warte mal, ich hab immer zu spät gedasht, ne? Ich muss schon richtig früh dashen. Irgendwie... Was hat sonst nichts... Doppelsprung hilft dir nicht so viel, siehste? Ich mein auch. Scheiße. Okay, dann jetzt wird der nächste Trys jetzt. Mann, ey. Den mach ich jetzt. Was? Der dauert so ewig lange. Hab so lange an dem rumgenagt. Und jetzt sterbe ich in der letzten Phase. So eine Scheiße. Scheiße. Hm. Welche Sachen aus deinem Shop kannst du empfehlen? Die Kuscheldecke. Kuscheldecke, Kuscheldecke, Kuscheldecke. Die Kuschel, 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 Kuschel. Die Kuscheldecke ist toll. Hm. Hallo, Drachenfrosch. Mir geht's deutlich besser als vorher. Auf jeden Fall, ja. Gerade sitzen und nochmal, ja. So, schaff ich jetzt diesmal den Tyrant. Das Timing muss man halt lernen. Ist relativ spät. Bin ich zu früh gedasht oder zu spät? Ach du Scheiße. Was mit dem Klo-Teppich? Den gibt's doch jetzt nicht mehr. Klo-Teppich-Vorbesteller-Phase ist ja schon vorbei. Ich kann ja nichts empfehlen, was es schon nicht mehr gibt, ne? Wenn du es nicht schaffst, bekommst du Hampelmänner von mir. Oh, okay. Schickst du dann ein Video, wie du Hampelmänner machst? Oh, Scheiße. Hat den das jetzt noch... Ich hasse alles. Oh, es hat funktioniert noch. Aua. Jetzt werde ich mit einer Nuss beworfen. Ich hab dir doch nichts getan. Och. Och, nö. Nein. Ah. Der ist immer zu schnell. Ich würde ihm gerne eine nachdonnern. Oh, es ist immer zu. Das wurmt mich jetzt. Was ist das Timing zum Daschen bei der letzten Phase? Die Sackfalte, die spawnt sich zu schnell weg. Wie lange machen das jetzt noch? Hallo? Oha, das Timing zum Daschen ist der Grund, warum ich ihn 6 Stunden lang gegrindet habe für Hitless. Oha. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, ich darf ja gehittet werden. Ich gehe ja auch höchstwahrscheinlich mit vollem Leben da rein. Oha. Aber... Oh, fuck. Oh, scheiße. Da habe ich kurz in den Chat gelesen. Das war jetzt vielleicht nicht die passendste Stelle zum Chatlesen. Oh, Gott. Was liest du denn, Chat? Ich habe halt nichts zu tun, ich bin unterfordert. Der Kampf ist zugleich. Mann, konzentrier dich, mach ich doch. Au. Chat, nur weil ihr solche Scheiße in die Kommentare schreibt hier. Passt schon immer brav Chatlesen. Ja, ihr wollt doch auch gelesen werden. Ach, fuck dich. Augen zu, dir geht es noch besser. Ne, ich will ja Chatlesen. Ich will ja wissen, was ihr schreibt. Ich hasse dich. Juhu. Oh Gott, jetzt habe ich Angst, dass ich das Timing wieder nicht hinkriege. Oh, nee. Oh, jemand hat was im Shop bestellt. Jemand hat wirklich meine Kuscheltecke bestellt. Dankeschön. Hey. Oh. Wenn du zu früh den Dash benutzt, kommt der ein bisschen mit und hittet dich. Easy, wenn du mal raus hast. Ist easy, wenn du es dann mal raus hast. Ja. Snack im Haku. Dankeschön für 100 Bits. Dankeschön. Kann man die bestellen in meinem Merch-Shop? Wo kann man das kaufen? Egal, was du tust, Yenia. Schau nicht in den Chat. Egal, wie lustig und interessant die Kommentare sind, Yenia. Ja, ja, ja. Würde ich niemals machen. Hallo, Danze. Shinra! Shinra, dankeschön für 13 Monate auf Tier 3. Dankeschön. Kommt die Kuscheltecke auch im August? Ähm. Ich glaube, die Kuscheltecke kommt früher als normalerweise. Ne. Also kommt drauf an, ob du sie mit Vorbestellersachen bestellt hast oder nicht, ne? Ja. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, die Kuscheltecke kommt früher. Okay, ich habe zu spät gedasht. Ich kann schon dashen, wenn er auftaucht. Oh, jetzt hat es funktioniert. Ey. Man hört das Klicken richtig gut hier. Meine Controller sind sehr laut und ich habe sehr feste draufgedrückt, sagen wir es mal so. Yeah. We did it. Mann, ey. Der arme Controller. Nein, dem geht es gut. Au. Wollen wir dich jetzt gehauen? Ja, darauf können wir mal schlucken, Leute. Drei Stunden schlucken. Ja. Hättest du es nicht vorher machen können? Ha, 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 ha. Wah. Dank fürs Pot Pot. Endlich wieder ein bisschen Kanalpunkte. Ja, guck mal. Und wenn er doch noch Plus gemacht hat. Deswegen immer neu setzen beim Glücksspiel. Es ist in der Luft zu dashen. Das macht es sehr einfach auszuweichen, da der Go-State der Hitbox die Schockwelle am Boden ist. Oh, ha. Ach, aber ich finde, so ging es jetzt auch. Einfach, äh, immer wenn er aufploppt, schon dashen. Äh, puh. XP Gamer, danke für 38 Monate auf Tier 3. Was seid ihr alles denn Tier 3 Subs? Holy fucking shit. Dankeschön. Es ist immer eine Freundin, dir bei HH zu zudrücken. Genialo, wenn du das Spiel und deinen Content, natürlich auch Lunysus, aber hab in Sekiro gelernt, nichts zu wetten, will mir ja bald wieder einen System Plus Plus Winstern, wenn es dir wieder besser geht. Und ich genügend Punkte habe Lunysus, GJ, meine Lieblingsbergziege. Ah, Yasin. Ja, ähm, it's all good. It's all good. Glücksspiel kann süchtig machen. Hat mein Tipp geholfen? Ich hab genau das Gegenteil von dem gemacht, was du gesagt hast. Bin jetzt diesmal viel später gedasht, als du es gesagt hast. Also, nee, hat leider nicht ge... Hat nicht geholfen. Aber es ist in Ordnung. Oder vielleicht hab ich deinen Tipp falsch verstanden. Oh, letzte Wettet minus 250k. Oha! Yo! So, wunderschön. Ginger macht süchtig. Ach was, ich dachte nicht. Ich dachte nicht. Hat die Serien irgendwas Schönes jetzt für mich? Harte Serien irgendwas Schönes für mich. La, 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 la. Komm ich jetzt irgendwie auch wieder schnell hier hoch oder nicht mehr? Oh, so. Wunderschönen guten Abend. Hallo, Kirste. Hallihalöchen. Aua, du. Kleiner Kobold. Ich weiß schon wieder nicht, wo der Weg nach draußen ist. Oh, fuck. Ihr Schneeke. Das ist jetzt belastend. Ich weiß schon wieder nicht, wie ich nach Hause komme. Sekiro war übel für die Punkte. Wir müssen eins weiter runter. Wir müssen ja unten drunter laufen. Pukada, hallo. Nee. Nee. Nein. Nein, lasst mich alle in Ruhe. Nein. Nein, lasst mich. Och, okay. Safe und Exit. Ja, aber das fühlt sich so unfair an. Nee, nee. Mama, kannst du mich abholen? Weil ich Scheiße gebaut habe und machtlos bin. Mama, kannst du mich abholen? Boah, Leute, ich habe so Bock zu singen. Mich stört das, dass ich jetzt Corona habe und nicht singen kann. Ich will singen. Wo kann man das kaufen? Eine Hand voll Vertrauen, der glanz in meinen Augen. Sag mir, wo kann man das kaufen? Sich zusammen zu raufen und aufeinander zu bauen. Ich weiß nicht wo. Da ist kein Ding an deiner Perlenkette. Du ziehst dich aus. Ich sehe nur ungenutzte Werbefläche. Erhol dich gefälligst. Aber ich singe trotzdem. Ein bisschen kann mir das keiner nehmen. Zumindest ein bisschen singen. Was singst du da? Ich glaube, das Lied heißt auch, wo kann man das kaufen? Lass dir von Corona nicht vorschreiben, ob du singen kannst oder nicht. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Wo bin ich? Was mache ich denn hier jetzt? Aua. Ah, nee. Stopp. Du singst durchgehend. Ja, ich kann ja auch nicht anders. Dankeschön fürs Patz. Infinite Ark habe ich mich bedankt für sechs Monate. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, hallo. Geht's dir gut? Schlaftabletten, Rotwein. V. Genau, genau das, ja. Ah. Ist die Sache, jetzt will ich ja eigentlich erkunden. Jetzt kann ich auch eigentlich wieder... Ich könnte eigentlich wieder mit normalen Charms rumlaufen. Na gut, laufen wir so rum. Ah! Warum klang ich gerade wie so ein Huhn? Ach, nö. Bitte stellt keine Fragen, Chat. Alter, hallo, Patzi! Was machst du denn hier? Hallöchen, Patzi. Patzi, schmarzi. Chicken Ginger confirmed. Nein, ich bin kein Huhn. Bald hast du alle Tiere durch. Ich bin einfach... Hä? Ein Sukubus ist doch ein Formwandler. Ich kann das einfach. Ich hab's im Blut. Normale Charms. Der Kompass ist doch ein overpowerter Combat Charm. Das weiß doch jeder. Absolut. Hier ist ja noch... Hier ist ja ein Bäumchen. Gib mir das Bäumchen. Upsa. Habe ich das Bäumchen bebaumt? Ah, jetzt. Ich bin doch eine eierlegende Wollmichsau. Ja, weiß ich nicht. Ist hier noch was drin? Aua. Er hat mich gestoßen. Aua. Ich will zumindest nochmal... Ich will zumindest nochmal nach. Nochmal zur Seherin. Und sie fragen, ob sie jetzt irgendwas Cooles für mich hat. Au. Also ohne Doppelsprung und Dash und so, ist es schon manchmal ein bisschen... Man ist eingeschränkt in seiner Bewegung. Haia! 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 Wuh! Ja, Schneeke. Ah, das waren alle! Easy. Dinaros, danke für 24 Monate! Dankeschön. Aua! Ich weiß, Tobias, nicht, warum ich so geschrien habe. Warum ich mich so erschrocken habe. Hallo, Mokuro! Musst du mich so fertig machen mit deinen fünf Subs? Wolltest du einfach Hallo schreiben können, ey. Ich bin krank. Was tust du meiner Stimme an? Mokuro! Oh Gott! Nein, schön dich zu sehen. Hallo. Ah! Rippern die Nachbarn. Nein, nein, nein. Die Nachbarn, die mögen das doch auch. Ähm. Ganz schwierige Aussage. Was war das? Ich weiß es doch auch nicht. Ich fühle mich heute lustig. Haha. Funny. Dankeschön für fünf Subs. Vielen lieben Dank für deine Geldverschwendung an mich. In meiner Arschtasche sind deine Subs sicher. Ah, he, he, he. Ginger, lustig. Heute bin ich lustig. Haha. So, ewige Ruhestätte. Was sagt die Seherin denn da? Oh yes, das merkt man. Hä, was willst du denn jetzt? Hä, was willst du? Du hast heute richtig gute Laune. Hä? Ach, was. Ja, den Baum beäumel ich mir auch. Den äumel ich mir rein. Den äumel ich mir rein. Genau dieser Baum, der muss es jetzt sein. Oh ja. Oh nein. Jetzt muss ich den Baum bestimmt nochmal machen, ne? Upsa. Ich wusste nicht, dass das nochmal als neues Gebiet zählt. Sind doch Geschenke fürs Jubiläum. Ah. Dankeschön. Aber ich habe eigentlich erst morgen Jubiläum. Twitch zeigt das ganz komisch an. Dankeschön. Habe ich mir jetzt eigentlich... Ne, ich bin einfach dumm. Warte, lass mich mal ganz kurz. Ich muss kurz checken, ob ich wirklich dumm bin. Ah. Langsam musst du dich entscheiden, was für ein Tier du sein willst. Ziege, Hund, Katze, Kuh, Huhn oder doch noch ein Fuchs. Ja. Meine Antwort darauf ist, äh, ja. Ja, genau. Mhm. Dankeschön, was Papa. Dankeschön. Jubiläum zur Twitch-Partnerschaft. Yes, ich bin sechs Jahre Twitch-Partner. Anscheinend. Ab morgen. Ein strecken? Oh. Okay. Okay. Strecken! Ah! 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 Oh. 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 Okay. Ich bin fertig mit Strecken. Die Nachbarn denken sich mittlerweile, glaube ich, gar nichts mehr. Jetzt sind sie aber im Strecken. Ist sie kaputt? Nein, ich bin nicht kaputt. Ich bin nicht kaputt. Ich bin Jinch. Oh Mann. Wurde gerade wer abgeschlachtet? Hey, hey, hey. Ich habe mich nur schön gestreckt hier, ja? Ich fühle meine Knochen und Gelenke. Wunderbar. Ja, das dachte ich mir auch. So, boah, schön. Ist doch schön, sich zu spüren. Sechs Jahre schon. Ich glaube, sie mit Twitch langsam richtig durchstarten. Weil da fehlt irgendein Wort. Will ich mit Twitch langsam durchstarten? Bin ich durchgestartet? Werde ich noch durchstarten? Ist Jincha nicht gleichbedeutend mit kaputt sein? Ey, was soll das denn jetzt? Domme! Ich bin Jincha, reiche ich da ins Grund? Warum bist du so mean? Ich habe euch nichts getan. Warum? Bist inzwischen übrigens mein längster Sub überhaupt. Äh, ehrlich? Oha! Das würde ich mir aber nochmal überlegen, Parzi. So, was kriege ich jetzt Schönes? Okay. Patreon-Supporter angucken, ne? 300 ist Cent. Was kriege ich jetzt? Ja! Paleoar! Okay, 500 habe ich noch nicht. Woo! Paleoar, Paleoar, Paleoar. Papa Papa, 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 Paleoar. Papa Papa, 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 Paleoar. Kann ich mir das schon leisten? Das nächste Upgrade? Bitte, 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 bitte. Was ist denn der schnellste Weg dahin? Hier, ne? Oh Gott, kann ich mir das schon leisten? Hast du genug? Oh, hab ich genug. Die bessere Frage ist, hab ich genug Geld? Kann ich mir das leisten? Das bleiche Erz, Leute. Das ist richtig geil, weil von dem Zeugs... Haia! Von dem Zeugs kann ich mir... ...mein Nagel upgraden. Ah, ich kann noch ein paar Reddicks, reicht also nicht, ne? Dachte ich mir schon fast. Die nächste Stufe ist nur ein Erz. Ein Paleoar. Ähm... Da muss ich ja ganz da runter. Okay, da gehen wir jetzt erstmal runter. Die Serien hat eine ähnliche Posture wie du, wie sich das anhört. Hä? Ich hab... Ich bin kein Shrimp. Ich bin nur ein bisschen Shrimp, ja? Okay, ein bisschen Shrimp ist in Ordnung. Wir sind alle ein bisschen Shrimp. You're new to the game? No, I'm not. I am not. Baum, 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 baum. Okay, weiter runter. Oh, das ist aus dem Stream gekickt. Aber jetzt bist du wieder da. Willkommen zurück. Wie viel brauche ich denn? Du hast doch zwei. Eins free und ein... Ne, ich hab nur ein Upgrade. Ich hab meinen Nagel bisher nur einmal geupgradet. I'm very sure. Die Beschreibung klang auch so, grad eben, als hätte ich erst ein Upgrade. Nein, ich hatte nur ein Upgrade. Ich bin mir sehr sicher. 800, ich kann's mir leisten. Easy. Let's go. Oh, finally, zweite Nagel-Upgrade. Zum Glück bin, hab ich nicht erst Drellix verkauft. Bist du schon gestorben? Ne, dann wär mein Spielstand weg. Ich bin noch nicht gestorben. CX-Song kommt ja bestimmt ganz bald. Ja, garantiert. Bestimmt. Hier, guck, jetzt mit Rille. Jetzt hat es eine Rille. Vorher war es halt einfach... Erstmal hast du einen gebrochenen Nagel. Dann hast du einen normalen Nagel. Und jetzt kommt da so fancy Stuff mit rein. Oh, auch Paul. Alles gut. Oh Gott. Ja, vielleicht sieht man sich ja morgen nochmal, wo ich... Den... Ich feiere Partnerjubiläum. Aber irgendwie feiere ich auch nicht so wirklich Partnerjubiläum, weil ich eigentlich noch krank bin und deswegen nicht so viel Aufregendes machen wollte. Aber Tobias, das mir macht Streamen so Spaß, ne? Oh, gerade Hollow Knight-Stream macht richtig Spaß. Hm. Ich hätte gedacht, die Stufe bräuchte mehr Erz. Nee, nee. Also als erstes brauchst du Geld. Danach brauchst du eins Erz und mehr Geld. Und dann ist, glaube ich, schon drei Erz. Oder? Oder erst zwei und dann nochmal drei. Oh, Niklas, danke für 15 Monate. Hallo, Arutzalgo, hallo. Danke fürs Poppad. Yeah. Alles Gute zum Partnerjubiläum. Dankeschön. Danke dir, Tobi. Ich hab morgen erst Partnerjubiläum. Aber ist in Ordnung. Wir feiern heute und morgen und übermorgen. Die Sache ist halt, Partnerjubiläum finde ich gar nicht so wichtig. Ich finde den Tag, wo man angefangen hat, zu streamen, viel, viel wichtiger. Deswegen so ein kleines bisschen Rewind-Time und ein bisschen quatschen und über Vergangenes reden und so machen wir dann schön im November. 16. November ist mein Jubiläum. Da werde ich dann... Da bin ich dann sieben Jahre Streamer. Oha, jetzt sterben die Gegner einfach instant. Holy shit. Ich könnte eigentlich fast schon... Kann ich eigentlich in der Pilzöle... Kann ich irgendwo jetzt eigentlich schon mal ein paar mehr Grubs holen? Ich hole den Topf für den Eintopf. Genau, Paul. Gute Nacht dir. Hm. Ich hab jetzt Lust auf Hollow Knight. Ja, warum nicht? Why not? Aber da du ja dank Corona keinen Geschmack hast, kannst du ja morgen viel am Bestrafungsrad drehen. Mal sehen, wie wenig Geschmack du wirklich hast. Genial nun. Damit will mich einfach nur leiden sehen, kann das sein. Einfach morgen wieder Jump King spielen. Jubiläums-Edition mit Bestrafungsrad. Ich kann ja nicht mal Karaoke machen oder so. Oder sollte es zumindest nicht. Ich kann schon. Ich hab auch Lust. Aber ich sollte nicht. Sonst hätte ich auch direkt Karaoke-Stream machen können. Aua. Dreh das Rad. Wie laut würdest du schreien, wenn ein absoluter Dulli-Gegner deinen Spielstand tötet? Ist mir schon so oft passiert. Ist dann einfach so. Dann bin ich ein bisschen ärgerlich, aber lach ein bisschen. Finde ich es ein bisschen ärgerlich, lach ein bisschen. Aber dann ist es schon wieder gut. Ich hätte gerne noch einen Sockel-Slot. Oh, wisst ihr, Leute, das wurmt mich. Walthless. Dieses Emote ist schon richtig alt. Bitte frag mich nicht so ganz genau. Früher hatten wir irgendwie andere Insider. War ein Witz damals. Genau. Mehr eigentlich nicht. Haha, lustig. Harte Seele, wenn du Schaden nimmst. So, das hat ja funktioniert. Ähm. Habe ich überhaupt einen sinnvollen Charme? Wie sie mehr leben? Ja, okay, cool. Hm. Upsa. Das hier bringt mir auch, glaube ich, nicht so viel. Weil meistens habe ich nicht nur noch ein Leben. Da bin ich kein Fan von. Toll. Das, ich heil mich ja nie. Das heißt, das hier wird auch nie benutzt. Ah. Hat das hier zwei? Nee. Okay, wir gehen. Ich will noch einen Try wagen, okay? Was genau ist mit Deathless gemeint? Musst du, wenn du stirbst, deinen Geist besiegen? Nee, wenn ich sterbe, dann ist mein Spielstand weg. Dann, dann ist er einfach tot. Hatte ich jetzt eigentlich noch eine Grub gefunden? Nee. Weee. Ich muss jetzt nochmal, es tut mir sehr leid, Chad, aber ich muss jetzt nochmal zurück und den nochmal versuchen. Das ist ein spezieller Modus, genau. Ich muss das jetzt nochmal versuchen, Chad. Es tut mir sehr leid. Da, 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 da. Also ich habe quasi gar keinen Geist in diesem Mode. In dem Mode, wenn ich, wenn ich tot bin, dann bin ich tot. Traumkämpfe zählen zum Glück nicht mit. Jetzt machen wir sogar noch eine Wette. Nein. Okay, Chad, macht, was ihr wollt. Ganz ehrlich, macht, was ihr wollt. Mit Nagel-Upgrade klappt es vielleicht. Ja, ich dachte auch so, jetzt mache ich mehr Damage. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf Damage, dass ich den schneller tot kriege. Weil so an sich ausweichen kann ich ihm ja ganz gut. Manchmal mache ich halt dumme Fehler. Das ist doof. Kriegt man aber mit Übungen weg. Gut, dass Traumkämpfe in der Traumwelt geschehen. Yes, genau. Und du hast erst auf zu streamen, wenn du durch bist? What the fuck? Nein, das nicht. Das Spiel, oh, ich habe hundert, teilweise in so einen Spielstand irgendwie so 50 bis 100 Stunden gesteckt. Ich will irgendwann ja auch mal schlafen gehen. Gut, dass ich übrigens jetzt einmal ganz kurz gewastet habe. Das war sehr sinnvoll. Du Wichser, jetzt steht der in mir drin. Oh, scheiße. Nein. Oh. Fast 112 Prozent. Ich spiele so lange, wie ich Bock habe. Oder bis mein Spielstand weg ist. Oh, das war schnell. Das war doch klar, dass es schnell ist. Ah. Rip, Leute. Was bringen einem die Traumkämpfe? Du kriegst Essenz davon und damit kriegst du Belohnungen von der Seherin. Und es macht richtig Spaß. Finde ich zumindest. All in hat sich gelohnt. Nein. Collectibles. Yes. Ja, ich habe extra wenig gewettet, als hätte ich das erwartet. Mann, ich will das jetzt aber schaffen. Oh mein fricking Gott. Ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Okay, und ich renne in den Stein. Okay, das war super geil. Okay, nächster Try. Leute, ich will das jetzt schaffen. Wir gehen rein da. Gratispunkte. Das ist fast so cool wie Gratis Subs. Gratis Subs. Ach, ist in Ordnung. Ich habe ja nur halb zugehört, habe wieder auf Ja gewettet, weil ich nicht wusste, dass es um diesen Kackboss geht. Nein, dumm ist. Ey, das ist ja nicht mein Problem, to be honest. Das ist jetzt deine Schuld. Da kann ich ja jetzt nicht für. Fick mir! Kann ich ja nicht für, für deine Dummheit. No. Du Scheiß. Ficken. Mann! Danke für deinen Sub an Erik. Alles Gute zum Nicht-Jubiläum. Dankeschön. Chat, ich hasse. Es tut mir so leid, Chat. Ich bin nicht süchtig. Ich kann jederzeit aufhören. Ich nehme an, hier nachkommt nicht mehr viel, viel, wie viele Wetttrys. 20. Hä? Der hat mich zweimal nicht getroffen. How? Das ist zu lang, Ginger. Du bist zu lang. Du kleiner. Du Wichser. Das war mein Vibrator, der vibriert hat. Äh, Controller meine ich. Alles Gute. Warum Ich H질 verabschiede ich. Ah,ถ間 sie ganz papriert hat. Ah, ja. unforwpruch. Tritsch, bitteado mich nicht. Hahaha. Hahaha. Ah, hahaha. Ja. Ah, ah. Ah, ah. Du bist so eine Sackfalte. Du bist so ein... Niemand liebt dich. Oh. Oh. Death Morgan, dazu sage ich nichts. Nein! Oh, warum hat das... Wie viele Tries? 20! Okay, dann mach 15. Wenn dir 20 zu viel sind, dann nehmen wir 15. Du machst keine 20! Deine Mutter macht keine 20! Ich will jetzt spielen! Aua, Mama! Aua! Boah! Du Kackstein! Ich hasse die Steine. Oh nein! Ich dachte, der macht was anderes! Du bist! Ja! Oh, du! Nein! Ich hasse dich. Du bist so kacke. Ja, dann nimm 15! Oh, du! Ginger Stream, ganz normaler Dienstag. Nein! Ihr habt das nicht gehört! Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen kann. Mir fehlen die Worte! Die Sache ist, ich würde gerne dazu noch was sagen, aber... Egal, was ich sage, es macht alles schlimmer und ich will wirklich nicht gebannt werden. Du würdest keine 20 brauchen, wenn du besser spielen würdest. Alter! Nebu, ich hasse dich. Warum bist du mad bei mir? Du bist so eine Kakerlake. Genau wie die unter meiner Tastatur. Nein! Ich hasse dich so sehr. Nein! Okay, dann zählen die Trice ab jetzt gleich. Ich höre jetzt kurz auf. Was sind das jetzt? 15 Trice? Dann zählen die ab jetzt gleich. Weil es macht irgendwie keinen Sinn, dass hier mitten in der Dings da... Mitten, wo ich schon irgendwie 3 Trice verloren habe oder so die Wette gilt. 2K! Danke für 11 Monate! Dankeschön! Hast du nicht gesagt, dass du die Mods ausgewählt hast und sie kein Mitspracherecht hatten? Vielleicht? Ähm... 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 Nein, die... Nein, meine Mods kamen zu mir angekrochen, haben gefläht! Bitte, Ginger, bitte mach mich zum Mods! Ich weiß sonst nicht mehr, was ich tun soll in meinem Leben! Und ich war so gnädig und habe sie aus ihrem Loch, aus ihrem schmandigen Keller befreit und in meinen schmandigen Keller gesteckt, der viel besser ist. Was mein Keller ist? Ja, äh... Ja, äh... So war's! Und ich habe sie gerettet! Ich war gnädig! Ja, ich war gnädig und gutherzig! Gnädig und... Stell dir über den Boss eine große Taste vor und drücke dann kräftig auf diese Taste! Danke schön, bis Papa! Danke, danke! Hä, warum stimmt ihr alle auf Nein? Wie viele sind denn das jetzt? Wie viele Tries? Ich sehe das nicht! Das ist bei mir... Die Box ist bei mir abgeschnitten! Der Kofferraum soll sich sehr gut angefühlt haben! Ja, ist ein guter Kofferraum gewesen! Huch! Wo habe ich denn da das Ding hinge... Du bist so ein... Du bist so eine Hababe-Barbara! 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 Das bist du eine Hababe-Bar-Barbara! Nein! Der Scheiß-Stein! 15... Okay... Dann 14 nur noch. Aber merke, war wohl ein Fehler laut den Leuten, die hier sind. Ja, kann sein, dass ich es nicht schaffe. Könnte gut sein. Du bist so ein Fetti. Nein. Nein, jetzt tue ich mir an diesem Scheiß Stein weh. Und es reicht nicht zum Heilen. Das ist so unfair. Ja, wenn du da an der Ecke bist, ist das so scheiße. So eine Kackposition. Try 2 down. Der bewegt sich immerhin mehr als du in dem Kampf. Das stimmt. Ich sitze hier wie so ein übelster Shrimp gerade. Try 2. Try 2. Ja, klar, und das sollen wir dir glauben. In Wirklichkeit bist du zu den Modes gekrochen gekommen und hast sie angeflägt und gewettet, dass sie das übernehmen mit Tränen in den Augen. Und da sie alle so ein wiches Herz haben, haben sie zu bestimmt aus Mitleid in Japo gewusst, dass Modes zugekommen. Yo. Why so much Roast? Was habe ich dir getan? Nein. Ich spiele Scheiße. Nein. 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 Try 3 down. Das war von Medition die Nachricht. Warum so fett der Roast gerade? Warum? Try 3 down. Oh, okay. Schlocken. Schlocken, schlocken. Ja, ja, ja. Alles gut. Ach so ein Rabar, Babar, 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 Babar. Ja, das wär's doch jetzt. Ach du Scheiße. Och, Günther. 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 Das dürften jetzt wirklich meine Nachbarn nicht hören. What the fuck. Ich weiss nicht, woher kam das. Äh. Ah, bin ich reingeschwungen. Das ist ja dumm. Günther. Heute ist echt wieder so ein Pikmutsch-Lawende-Stream. Ach, Mann. Günther super. Ihre Bankaccount wurde 10 Euro überwiesen. Bitte entfernen Sie diesen Teil der Nachricht vor dem Abschicken. Ne, boh. Ich mach mal kurz Path of Pain. Bin gleich wieder da. Viel Spaß dir. Path of Pain macht ja auch wirklich noch Spaß. Ah. Beim Rest sieht's ein bisschen anders. Mr. Fish, danke für 40 Monate. Zähl dir die Trice mit. Ich zähl nicht, okay? Ich hab schon aufgehört zu zählen. Warum hab ich gerade Günther geschrien? Warum auch in der Betonung? Wir haben Ginger Leap und das hat nichts mit masochistischen Adern zu tun. Die sitzen eigentlich alle da und mögen das Leid. Oh mein Gott. Ich hab denen gerade richtig den Stein in den Anus ge... Was ist eigentlich los mit mir? Oh mein Gott. Es ist ein ganz komischer Stream. Diese scheiß Steine! Es ist schon spät. Ja, ich glaub ich sollte gleich aufhören irgendwann. Nein! Und ich renn wieder rein! Ich socke! Oh fuck. Ich mach noch 20 Trice an der Poperze. Ich sag's dir doch! Herr Was denn? Nein, mein Controller heißt auch nicht Günther. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwie wollte ich ihn Günther nennen. Das hat jetzt... Leute kommen hier so in den Chat bestimmt und sind so, what the fuck? Is this still a Hollow Knight's Dream? Oder was ist das hier? Ich kann dir ja nicht jedes Mal Honig ums Maul schmieren und alles zu klein und außerdem haben deine Moots auch Lob verdient. Da sie alle einen guten, schönen Job machen, den Moots über dem Kopf streicheln, Yin Yapa. Och scheiße. Du bist so ein kleiner. Niemand liebt dich. War das schon Wow oder zur Maus geworden? Ich weiß doch auch nicht. Nein. Irgendwie schon Wow, oder? Jetzt wird schon debattiert, ob es Wow war oder nicht. War das ein Hex? Nein, es war kein Hex. Definitiv nicht. Ich hab mich irgendwie erschrocken. Try six down. Okay. We're gonna do it. Wirklich. Keiner mag dich. Dieser Scheiß Stein, der da jetzt auch noch war. Deine Mutter ist ein Stein. Dieser Kack Stein nochmal. Dieser Kack. Fick. Fick. nein nein ich kann mich nicht noch ein zweites mal heilen davon nein nur weil ich reingedässt bin nein minecraft boy danke für elf monate sorry dass ich auch so still bin wenn ich mich hier so konzentriere i'm sorry hast du dich schon entschrimmt bestimmt safe also ich sitze eigentlich gerade ziemlich gerade da ja man ja wirklich das hätte der try sein können wetten ich krieg jetzt keinen try mehr der so nahe kommt das ist immer so nein warum springst du nicht what the fuck ist okay nein okay das war ein dummer try stand zu nah dran und dann war ein paar dumme fehler gemacht hast du dich entschrimmt bestimmt es hat sich gereimt was nicht gereimt ist gut bestimmt ist vor allem eine gute antwort try 8 down try 8 down was ist with the ring waves das habe ich schon mal gelesen was ist das für ein game bestimmt schreibt mir das jetzt jemand und ich werde bin so vertiefst aufs game dass ich es nicht lesen werde aber i at least try nein ich hasse es da ich Das war's. 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 Das war's.